Der MSV Duisburg, er ist zwar rechnerisch noch nicht abgestiegen aus dieser Frauenbundesliga, aber es wird schon sehr eng und das könnte weitreichende Konsequenzen für die Frauenfußballabteilung haben. Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über alle anderen Partien dieses 18. Spieltags mit Adriana Wehrens und Oskar Heiler jetzt hier im Rasenfunk. Heute im Rasenfunk Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwore, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann. Alles zur Bundesliga der Frauen. Ja, wir wollen heute sprechen über den 18. Spieltag und Adriana ist wieder hier. Adriana, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Und Oskar Heilers Stimme kennt ihr natürlich, wenn ihr Frauenfußball verfolgt. Hallo Oskar, schön, dass du hier bist. Servus, freue mich. Es ist noch nicht rechnerisch klar, dass Duisburg abschaltet. Elf Punkte Rückstand sind es aktuell auf den 1. FC Köln. Aber seien wir ehrlich, wer kein einziges Mal gewonnen hat in 18 Spielen, der wird das jetzt auch nicht in allen verbliebenen Spielen tun. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich mit einem Absteiger zu tun. Und Adriana, wie inzwischen herausgekommen ist, steht es um die Finanzen beim Verein MSV Duisburg gar nicht gut. Die Männerabteilung steht vor dem Abstieg. Der Hauptsponsor der Frauen zieht sich zurück, der bisher hauptsächlich den Etat getragen hat. Und es könnte sein, dass das vielleicht sogar bis runter in die Regionalliga geht. Das heißt, Zweite Liga gar nicht in der nächsten Saison ansteht für Duisburg. Duisburg, wir erinnern uns an den FCR, seit Anfang der 90er, mit dabei in der Bundesliga rund um die 2000er. Erst ganz lange Zweiter gewesen, große Erfolge gehabt, große Spielerinnen hervorgebracht. Dann nach der Insolvenz übergegangen zum MSV. Was würde es deiner Meinung nach bedeuten, wenn Duisburg aus der Profi-Fußball-Landschaft verschwindet? Ja, das wäre natürlich ein ganz tiefer Schlag. Also nicht nur für den Verein selbst, sondern auch den Frauenfußball in Deutschland, weil Duisburg den Frauenfußball mitgeprägt hat. Du hast schon erwähnt, welche Spielerinnen der Vereine hervorgebracht hat. Wir haben damals auch den Vorgänger von der Champions League gewonnen. Wir haben den zu den besten Vereinen im deutschen Frauenfußball gezählt. Und ja, schade, dass das in den letzten Jahren auch zurückgegangen ist. Die ganze Situation erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an so ein bisschen Turbine Potsdamäßig. Die, ja, auch großer Verein, der, ja, da muss in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen ist, leistungstechnisch, aber auch, ja, vom Geld her immer schwieriger wurde. Auch mit dem Sponsoring, dass dann jemand abgesprungen ist. Und ja, bei Duisburg haben wir aktuell eine ähnliche Situation. Ich glaube, Kapelli heißt der Sponsor. Und gerade, weil eben auch die Männermannschaft in der dritten Liga aktuell auf dem Religionsplatz steht, also wo es aktuell gar nicht gut aussieht, muss der Frauenfußball da leider auch mit dran glauben, wenn es da nicht mehr weitergehen kann und muss sich eventuell Richtung Regionalliga verabschieden, was, ja, einfach sehr traurig wäre und jetzt, wo man auch es realistisch sieht und Wolfsburg als nächsten Gegner sieht und auch die Konkurrenten, die noch gegeneinander spielen, also sich wahrscheinlich noch die Punkte aufteilen werden, ist ja so gut wie eine Sache der Unmöglichkeit, dass Duisburg noch weiter dran bleibt. Oskar, was denkst du? Ich habe gerade auch an Schau ins Land reisen gedacht. Da spielen sie ja in der Arena, die wollen ja dann auch nicht mehr. Die werden sich dann um den 1. FC Bocholt übrigens kümmern. Wir sind jetzt da schon mit dabei in der Regionalliga West. Und noch kurz zur Korrektur, weil wir machen ja die dritte Liga bei Magenta. Da steigen ja die letzten vier direkt ab und da sind die Duisburger sehr, sehr stark gefährdet, dass sie da eben dann direkt runtergehen. Ja, also klar, es ist sehr, sehr schade. Ein sehr verdienter Klub, wie die Duisburger mit allen ihren Namensvariationen, die sie so hatten über die Jahre. Ich denke da immer auch so an Martina Voss damals noch, so ein bisschen, die auch mitgeprägt hat, Ex-Bundestrainerin. Und viele, viele Legenden, die da mit auch dabei waren, einige Titel eingesammelt haben. Wäre natürlich wahnsinnig schade. Auch Thomas Gerstner, ein super Trainer, ein toller Typ, der sowieso nach der Saison nicht mehr da Cheftrainer sein wird. Aber der hat da auch sehr viel Herzblut reingesteckt, wie viele, viele andere beim MSV Duisburg. Deswegen tut es mir schon leid, weil der Abstieg ist jetzt nicht mehr zu behindern. Und es ist ja der Abstieg für, ja, vielleicht über eine Etage hinweg. Also das ist vielleicht dann ein Unterschied zur Turbine. Da haben wir die Finanzprobleme mitbekommen. Aber die haben das insofern auffangen können, dass man die Zweitliga-Lizenz beantragen konnte. Und jetzt aktuell in einem sehr spannenden Zweitliga-Ausstieg, aktuell auf Rang 2 liegt. Da kann allerdings noch alles passieren in dieser zweiten Liga. Aber wie ist denn das deiner Meinung nach, Adriana, zu bewerten? Wir wissen, dass Frauenfußball außerhalb der reinen Frauenfußballteams, und das ist eben nur noch die SGS Essen, ein Zuschussgeschäft ist. Und dementsprechend ist es ja auch wirtschaftlich logisch, dass wenn da auch noch ein Hauptsponsor sich zurückzieht, plus der Gesamtverein in finanzielle Schieflage kommt, dass man dann diese Subventionen nicht mehr leisten kann. Gleichzeitig ist es aber halt die ewige Geschichte des Frauenfußballs, dass immer die Frauen darunter leiden, dass dem schon so lange war. Also mit dem berühmtesten Beispiel der HSV, der mal wegen 300.000 Euro damals seine Frauenabteilung geschlossen hat, die ja durchaus erfolgreich war. Wie denkst du über diesen Aspekt dieses möglichen Abstiegs? Ja, ich meine, normalerweise denkt man ja eher positiv, wenn eine Männermannschaft im Rücken von der Frauenmannschaft steht und ja, eventuell dann auch diesen Namen mit sich bringt und auch die Fans eventuell. Was man auch sehen kann, eben weil sich nur noch in der ersten Frauenbundesliga neben der SGS Essen alle Vereine mit einer Männermannschaft im Rücken befinden. Aber jetzt sehen wir eben auch die andere Seite von der Medaille, dass, ja, wenn mal Geldnot besteht, dass es dann ja erst zuerst die Frauen dran glauben müssen. Und ja, das ist eben, wir sind leider noch nicht so weit, dass der Frauenfußball da ja sich genug um sich selbst kümmern kann, sag ich mal. Zu was ähnliches haben wir auch mit, ja nicht was ähnliches, aber in die Richtung geht es ja auch mit dem DFB, wo es viel Gerede darum gibt, dass der sich, ja, kümmert sich aktuell um die Frauenbundesliga, sollte er sich davon trennen, damit man da auch vielleicht auch in eine andere Richtung gehen kann und so weiter. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Insgesamt ist es eine positive und negative Seite, dass man mit dem Männerverein zusammenhängt, sag ich mal. In dem Fall trifft es eben die Mannschaft sehr stark und ja, wird schwierig sein und da wird, glaube ich, sehr lange dauern, bis man da wirklich auf so ein ähnliches Level kommt, sag ich mal, dass man nicht so sehr davon abhängig ist und als erstes dran glauben muss, also die Frauenabteilung. Aber irgendwie, Oskar, das kann es ja auch nicht sein. Ja, es stimmt natürlich und es schieben natürlich auch einige nach. Also ich denke da an den VfB Stuttgart zum Beispiel, an andere Klubs, die unbedingt da jetzt nach oben wollen, die da anschieben. Der sehr, sehr spannende Konkurrenzkampf da um den Aufstieg in die Bundesliga, in der zweiten Liga wurde gerade schon angesprochen. Wird richtig schwierig für die Duisburger und das ist natürlich sehr, sehr schade. Man sieht natürlich auch, jetzt haben wir gerade ein bisschen über Turbine geredet, die SGS Essen ist natürlich gerade ein Paradebeispiel, wie das auch klappen kann, dann auch bei einem reinen Frauenfußballverein, wie man mit Sponsoren, mit einer klugen Idee, mit einem super Scouting ganz viel erreichen kann. Und deswegen ist ja der MSV auch so gebunden jetzt gewesen an Capelli, zum Beispiel der Ausrüster. Viele, viele spannende Spieler, auch mit einem großen Scouting-Netzwerk, auch aus den USA vor allem, aber auch aus Skandinavien, immer wieder zu den Duisburgerinnen geholt und da bricht dann mehr weg als nur ein Geldgeber. Also da ist eine ganze Struktur, die dahinter steht, die dann nicht mehr ist und deswegen wird es wahnsinnig schwer für den MSV. Meine Hoffnung ist, dass es trotzdem ein großer Verein ist, ein großer Name dahinter steht und dass, wir haben auch die Männermannschaft angesprochen, sowohl die Männer als auch die Frauen da vielleicht einmal tief Luft holen und dann wieder empor schießen wie Phoenix aus der Asche. Weiß nicht, ob ich da so optimistisch bin. Ich meine, wir können jetzt diese Grundsatzdiskussion hier nicht führen, wir wollen ja auch noch über alle Spiele sprechen, aber ich finde schon, dass das letztlich ein Anlass sein sollte, mal wieder darüber zu sprechen, wie wird Erfolg gemessen im Frauenfußball und welche Strukturen will man haben, verbandseitig und vereinsseitig, im Frauenfußball. Also wollen wir im Grunde im Bestfall zwölf bis sechzehn SGS Essens in der ersten Liga haben, die dann zwar ein kleinerer Markt sind und vielleicht weniger bekannt sind und wo es vielleicht auch schwieriger ist, große ZuschauerInnenzahlen zu rekrutieren, ohne dass jetzt sagen wir, das sei bei S nicht der Fall. Stimmt natürlich nicht, aber ihr versteht, glaube ich, woher ich komme. Es ist ein bisschen schwieriger als eben zum Beispiel für Eintracht Frankfurt oder den FC Bayern oder Wolfsburg, da mal Highlight-Spiele zu organisieren. Aber dann haben wir eben nicht solche Fälle, dass jemand, dass im Grunde eine andere Abteilung absteigt und man selbst deswegen vielleicht durchrauscht bis in die Regionalliga. Oder wollen wir das eben weiter so haben, dass sich eben diese Vereine, die nachschieben, wie du sagst, Oskar, etablieren können im Frauenfußball und dann aber ihr Wohl und Wehe auch daran geknüpft ist, dass es in der Männerabteilung jemanden gibt, der sagt, ihr seid wichtig genug, Summe X zu bekommen und damit dann eben auch in der ständigen Abhängigkeit zu stecken. Wo man ja gleichzeitig auch noch bedenken muss, der Männerfußball ist ja auch fast ein Zuschussgeschäft. Also die sind ja auch absurd abhängig, aber halt von anderen Geldquellen. Also da sind es eben dann die Fernseheinnahmen, die extrem wichtig sind und bei manchen Vereinen, auch im Männerbereich, ist es ganz ähnlich. Wenn der Hauptsponsor abspringt, ja, dann wird es richtig eng. Also so ein richtig gutes, funktionierendes Finanzierungsmodell gibt es ja im Fußball, auch im Männerfußball nicht. Da muss man nicht so tun, als ob es da so viel besser wäre. Ich finde, ja, irgendwie wird mir diese Diskussion nicht geführt, weil dann müsste man nämlich auch sagen, wenn wir das haben wollen würden, mehr gut aufgestellte Frauenfußballvereine, dann müssen Gelder ganz anders verteilt werden. Da muss vielleicht auch sportlicher Erfolg anders gemessen werden, als so, wie es aktuell ist, weil dann wäre Essen Meister. Und zwar schon seit, aber ist auch langweilig, auch seit zehn Jahren werden die dann Meister. Das sind so ganz grundsätzliche Gedanken, die ich dazu habe. Ich weiß nicht, ob ihr noch anknüpfen wollt oder ob wir aus Spiel eingehen wollen. Ich würde vielleicht schon kurz sagen, ich gebe dir recht. Ich fände es schön, wenn der DFB oder DFL, wie auch immer die Zukunft dann da genau aussieht, einfach diese Talentförderung, wir kommen ja vielleicht auch noch auf Loreen Bender und Co. zu sprechen, um dann einen kleinen Ausblick für unsere kommenden Themen noch zu haben. Aber da gibt es noch so viele Möglichkeiten, gerade, ich habe es schon mal gesagt, immer im DFB-Pokal zum Beispiel da zu fördern, zu sehen, okay, wer kommt weiter, das muss auch mal anders belohnt werden. So oft mit Klubs geredet. SC Sand stand auch durchaus im Pokalfinale und wurde mir immer wieder geschildert, eigentlich zahlen wir da bis inklusive Finale immer nur drauf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn wir bei den Männern schauen, da ist, wenn du schon die erste Runde überstehst, hast du schon 237.000 mehr auf dem Festgeldkonto. Also irgendwie, da macht es sich, finde ich, der DFB ein bisschen leicht. Da könnte man viel mehr geben. Und gleichzeitig auch Thema, das wir auch in der Dritten Liga haben, warum gibt es nicht einen größeren Talente-Förderungspool, wo man sehen kann, okay, so viele eigene Spieler hat es, beispielsweise Essen, aber vielleicht auch andere Klubs, die ein tolles Nachwuchsförderungsprogramm haben, die gerade die ganz jungen Spielerinnen ranlassen. Wieso werden die dafür nicht noch mehr entlohnt? Weil davon profitiert ja erst recht am Ende auch die deutsche Nationalmannschaft. Ja, sehr guter Punkt. Wenn ich da auch noch anschließen kann. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme, um eben solche Vereine zu belohnen dafür, dass sie ja gute Jugendarbeit betreiben und da eben besonders daran auch das Geld reinstecken. Ich glaube, gerade jetzt da, wo der Frauenfußball ist ja extrem schnelllebig, würde ich sagen. Also man erwartet die ganze Zeit, dass was passiert. Es soll neue Rekorde geben. Man will mit den Großen wie in England und den USA aufschließen und man hat das Gefühl, Deutschland hinkt so ein bisschen hinterher und es kann alles nicht schnell genug gehen, die Entwicklung. Und das, klar, man will sehen, dass der Frauenfußball größer wird, populärer ist, mehr Fans kommen, aber gleichzeitig muss man auch das vergleichen. Zum Beispiel der Männerfußball hatte Jahre, jahrzehntelang Zeit, um wirklich dorthin zu kommen, wo er heute ist und die ganzen Strukturen aufzubauen. Und wir erwarten, dass das Gleiche passiert bei den Frauen in nur ein paar Jahren. Und da ist es klar, dass nicht alles gleich funktioniert, aber man muss trotzdem, glaube ich, so früh wie möglich versuchen, die richtigen Strukturen anzustoßen, eben sowas wie Talentförderung in die Richtung, weil sonst wird es ähnlich wie bei den Männern dann doch enden, dass man irgendwie ungleich verteilte Gelder hat und dann ein paar Vereine oben stehen und der Rest dann ziemlich hinterherhängt. Sehr guter Punkt. Und wenn ich dir eine Anmerkung noch machen darf, bevor wir dann wirklich ins Spiel reingehen. Ich habe mich ja ausführlich mit der Entwicklung der Männer-Bundesliga befasst in Elf Leben. Und wenn man sich da mal anguckt, durch welches Höllental die Vereine in den 80ern durchmussten, hoch verschuldet die Zuschauerzahlen noch auf einem Niveau von vor dem Bundesliga, also von nach dem Bundesliga-Skandal. Also das war ja damals der große Knick in den Zuschauerzahlen, dann kam die WM 74 und in den 80ern sah es noch schlechter aus. Und da mussten die alle durch und das haben ja nicht alle Vereine überlebt und dann durch verschiedene Faktoren, vor allem das Privatfernsehen, dann kam man raus, aber es war nicht so, dass man dann wirtschaftlich solide war, sondern man hat einfach mehr Schulden gemacht und es ist nicht aufgefallen, weil die Einnahmen gestiegen sind. Also wenn man sich das mal verdeutlicht, wie eigentlich der Männerfußball wachsen musste und wie nah da viele an die Existenznot rangekommen sind, dann versteht man vielleicht auch, dass auch der Frauenfußball bei aller positiven Entwicklung, die wir haben, diesen möglichen Abschwung auch mitkalkulieren sollte. Und das passiert gerade meiner Meinung nach nicht gut genug, dass man eben immer damit kalkuliert, nächste Saison ist wieder eine Rekordsaison und es wird alles interessanter werden und der nächste TV-Vertrag wird noch besser werden und dann stocken wir die Liga auf und, und, und. Und wenn das alles kommt, dann funktioniert der Plan. Was aber ist, wenn da irgendwann mal eine Delle kommt, die eigentlich in jeder Ligenentwicklung mal zu sehen ist, bin ich sehr gespannt darauf. Aber dann blicken wir jetzt mal auf das Spiel des MSVs gegen den FC Bayern. Durfte man zu Hause antreten und es ist viel passiert in diesem Spiel. Der Spielfilm, Stanway trifft nur die Latte, Schüller und Daimann treffen jeweils nur den Pfosten, also schon mal gleich drei Aluminiumtreffer für den FC Bayern. Stan Bühl nimmt einmal einen Ball schlecht mit und verliert in so einem Mumutowitsch, sonst hätte sie ein Eins gegen Eins gegen sie gehabt. Und dann passiert das, was manchmal in solchen Spielen passiert, nämlich Chin spielt einen Flugball auf Ries, die flankt gegen Vigorsdottir nach innen und der Ball senkt sich übermaler groß hinweg ins Tor. Und auf einmal führt der MSV Duisburg mit 1 zu 0, nachdem man schon in der dritten Minute eine Chance hatte. Also es war schon die zweite Chance in diesem Spiel und man führte. Daraufhin stellt der FC Bayern um. Vorher hat man mit Dreierkette gespielt, jetzt wird es wieder die alte Viererkette und innerhalb weniger Minuten dreht der FC Bayern dieses Spiel. Bühl und Daimann spielen sich über Kurzpässe vom Flügel aus diagonal nach innen. Daimann steckt auf Bühl, die flankt nach innen. Fürst prüft Mamutowitsch, von der prallt der Ball dann zu Schüller. Die legt auf Gwin und die kann einschieben. In der 49. Minute war das. Drei Minuten später passt Hader aus dem Zentrum auf Stanway, die auf Daimann, die wieder nach innen passt. Gin wird von Bühl leicht gefoult, aber Annika Kost, die Schiedsrichterin, lässt laufen. Und so kann Stanway von der rechten Seite zum 2 zu 1 ins Tor schießen. Dann trifft Lea Schüller mal wieder den Pfosten. Aber in der 63. Minute ist es dann soweit. Nach einem klaren Foul am Strafraum-Eck schießt Bühl den fälligen Freistoß nach innen. Und Magdalena Eriksson verlängert zum 3 zu 1 ins Tor. Kurz darauf trifft noch Lea Schüller zum vermeintlichen 4 zu 1. Das zählt aber wegen Abseits nicht. So richtig aufgelöst wird das nicht. Wie so oft in der Frauen-Bundesliga fehlt da einfach die Kamera. 16er hoch. In der 89. Minute allerdings gibt es dann das 5 zu 1. Das, jetzt habe ich noch ein Tor vergessen, Damjanovic schießt. In der 87. Minute noch das 4 zu 1. Das habe ich fast vergessen zu erwähnen. Und dann erst kommt Sidney Lohmann in der 89. Minute. Und 5 zu 1, Adriana, ist dann der Endstand für den FC Bayern. Wenn man nur den Spielverlauf so mitbekommen hat und so ging es mir, konnte man denken, boah, Bayern hier vielleicht am Stolpern, vielleicht schlecht. Als ich dann das Spiel gesehen habe, war ich ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht, weil ich fand die Bayern auch schon vor dem 0 zu 1 dominant. Sie haben eben nur das Tor nicht gemacht. Und trotzdem haben sie in der zweiten Hälfte nochmal eine Schippe drauflegen können. Was hat denn Bayern da besser gemacht, dass man dann endlich die Tore erzielt hat? Ich glaube, dass in der ersten Halbzeit hat von Anfang an Duisburg extrem gut dagegen gehalten am Anfang. Also was man auch erwarten konnte, weil sie eben sich aktuell in dieser Situation gefunden. Der Trainer hat auch vorher nochmal umgestellt. Ich meine, das war auf dem 4-4-2, was vorher nicht gespielt wurde. Also um ein bisschen offensiver Druck zu machen und auch die Bayern früher schon anzulaufen, als man das vielleicht gewohnt ist. Und ich glaube, dass Bayern sich da vielleicht so ein bisschen schwerer getan hat, als vielleicht erwartet. Aber trotzdem sind sie zu ihren Chancen gekommen, wie du gesagt hast. Sie haben schon diesen doppelten Pfostenschuss gehabt. Und ich glaube, dieses Gegentor natürlich wirft einen schon nochmal so ein bisschen zurück. Aber sie haben trotzdem weitergemacht. Aber es hat dann ein bisschen auf sich warten lassen, bis sie in diesen Spielfluss, glaube ich, gekommen sind. Und das hat erst so richtig in der zweiten Halbzeit angefangen. Erst diese, ja, das Unentschieden, das so ein bisschen so ein Stolpertor war, würde ich sagen. Auch das 2-1, das so ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, eben weil davor ein Foul eventuell war an Chin. Manche Schiedsrichterinnen pfeiftens, wahrscheinlich manche nicht. Und ab da, finde ich, war der Spielfluss viel mehr in dem Bayern-Spiel drin. Vielleicht auch, weil man dann so ein bisschen den Druck verloren hat, der vielleicht vorher vorhanden war. Aber auch die Wechsel, die natürlich stattgefunden haben, dass dann auch eine Zatrazil wieder drin war, die ja wieder auch dieses Eingespielte auch noch mehr drin hat, als Sam Kerr, die er jetzt sie ersetzt hat, als sie verletzt war. Und ich glaube, das macht schon einiges aus im Bayern-Spiel. Also Zatrazil ist schon eine sehr wichtige Personalie. Und natürlich dann hinten mit der Dreierkette ein Experiment, das Alex Strauß schon lange geplant hat, beziehungsweise auch für die Zukunft, glaube ich, als Option haben will. Aber ja, noch nicht so ganz ausgereift ist, was natürlich auch verständlich ist. Irgendwie bei Bayern jedes Mal, wenn man denkt, jetzt könnte man mal mehr in der Verteidigung probieren, verletzt sich eine Verteidigerin leider. Aber ja, genau, ich glaube, das waren so die Variablen, die da mit reingespielt haben, dass dann am Schluss wirklich der Torreigen ausgelöst wurde. Glaubst du denn, dass es auch am neuen System von Duisburg lag, dass man so deutlich unterlegen war, auch in Szenen, in denen das vielleicht jetzt gar nicht hätte passieren sollen? Also ich erinnere mich an mehrere Möglichkeiten für Bayern, schon in der ersten Hälfte, wo sich Bayern so durch das Pressing, das jetzt nicht so arg intensiv war, durchgespielt hat. Und dann war Bayern teilweise sieben gegen sechs in Überzahl im gegnerischen Angriffsdrittel. Also so ganz seltsam. Das habe ich auch von Duisburg so noch nie gesehen, dass es quasi aussieht, als würde da gerade ein Konter laufen, weil eben Bayern in Gleich- oder sogar Überzahl ist. Und de facto war es aber halt ein ganz normaler Spielaufbau. Denkst du, das kam von dieser Umstellung, dass das einfach nicht funktioniert hat defensiv? Es kann gut sein. Also ich habe das auch so wahrgenommen, dass zwischen den Ketten ziemlich viel Platz war, den Bayern dann auch genutzt hat. Also die Viererkette dann hinten so ein bisschen alleingelassen wurde auch. Zum Teil haben die Sechser dann auch mit nach hinten gearbeitet. Aber ich finde vor allem die äußeren Mittelfeldspielerinnen haben dann häufig trotzdem vorne so ein bisschen gelauert, auch wenn die langen Bälle gekommen sind, was ja auch beim Tor geklappt hat, auch wenn es vielleicht nicht ganz so geplant war. Aber ja, ich glaube, da ist man dann vielleicht doch, ich weiß nicht, ob es mehr so gedacht war, als dass man Risiko eingehen will und lässt die weiter vorne stehen oder dass das irgendwie vom Trainings, was sie im Training betrieben haben, da nicht ganz angekommen ist, dass die Spielerinnen mehr nach hinten arbeiten. Auf jeden Fall hat Bayern das in der ersten Halbzeit noch nicht ganz ausnutzen können. In der zweiten haben sie vielleicht dann auch die Mittel gefunden, um dann auch noch besser das auch im Mittelfeld zu spielen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also gerade Pernille Harder hat da ja ganz oft Tempo aufgenommen, viele Schüsse vorbereitet, sechs Schüsse vorbereitet von Harder, fünf von Stenberg. Also da sieht man schon, wo quasi die Kreativität rauskam, nämlich aus dem Zentrum über Dribblings, über schnelle Pässe. Und ich meine, ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, dass Duisburg dieses Spiel verliert, ist das, was erwartbar war vor dieser Partie. Ich fand es aber dann doch interessant, wie das passiert ist. Also dass man da eben teilweise so offen stand und dann kommt irgendwann der FC Bayern ins Rollen und dann ist es kaum zu verhindern. Ich meine, Mammutowitsch hat letztlich noch eine höhere Niederlage verhindert. Wie so oft, muss man sagen. Bayern hatte zehn Großchancen, laut ob da irgendwie ein Expected Grosswert von vier irgendwas. Also das war schon sehr, sehr gut und sorgt dafür, dass Bayern jetzt 35 Spiele in Folge ungeschlagen ist in der Liga. Ohne Spiele gegen Wolfsburg wären es sogar 57. Und da würde ich gerne den Kommentator Oskar mit reinhören. Wenn man solche Zahlen hört, wie verkauft man das als Kommentator, wenn im Grunde eigentlich immer klar ist, Bayern gewinnt, wenn es ins Spiel geht? Ja, man muss echt sagen, es ist natürlich eine sehr geteilte Liga. Also klare, klare Dominanz der Bayern. Da haben wir ein bisschen spekuliert, auch schon vor dem, ist ja jetzt gerade mal zwei Spiele her, als die Bayern 4-0 ja auch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen haben über das Thema Wachablösung. Für viele kommt es noch zu früh. Man muss schon sagen, was die an wirtschaftlichen Möglichkeiten haben und eben auch an einem eingespielten Team mittlerweile, was da dazugekommen ist mit Eriksen und Hade. Allein die beiden haben natürlich schon nochmal einen Qualitätsboost herbeigeführt. Und klar, also es ist auch wirklich eine sehr, sehr spannende Phase, auch für den Frauenfußball und für die Frauenbundesliga. Wohin geht die Reise? Wer kann denn vielleicht da auch auf Dauer da gegen die Bayern gegenhalten? Da bin ich jetzt sehr gespannt, was der VfL Wolfsburg macht. Aber du hast es angesprochen, ohne die Spiele gegen Wolfsburg ist das, machen die beiden da oben, was sie wollen. Und dann dachte man eigentlich, gibt es zwei dahinter und nach dem jüngsten Ergebnis der Leverkusener gibt es vielleicht sogar drei. Ja, okay, ich sehe schon. Da macht jemand die ganz große Diskussion auf. Dann gucken wir gleich mal auf Wolfsburg und sowohl auf das Spiel als auch auf die jüngsten Gerüchte, die es da gibt. Vorher sage ich euch aber noch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es weitergeht für Duisburg und für Bayern. Duisburg wird jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Und mutmaßlich wird es dann bei elf Punkten Abstand Minimum bleiben aufs rettende Ufer. Das heißt, dann könnte auch der Abschnitt besiegt sein, ohne dass ich es hier heraufbeschwören möchte. Und für Bayern geht es jetzt dann weiter ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Sieben Punkte Vorsprung sind es aktuell auf den VfL Wolfsburg. Da naht jetzt also auch bald eine Entscheidung. Und dann treffen die beiden Teams sich ja auch noch im DFB-Pokalfinale. Ich denke, da freuen wir uns auch schon alle drauf. Dann gucken wir auf das Spiel des VfL. Das fand statt in Freiburg, wurde auf Magenta Sport von einem sympathischen Herrn namens Oskar H. kommentiert. Weitere Informationen möchte ich dazu nicht geben. Hier kurz der Spielfilm. Borggräfe pariert noch gut. Ein Freistoß von Jansen. Froms ein 1 gegen 1 mit Campbell. Und dann geht es aber los. In der 24. Minute klärt Carrick einen harmlosen Pass in die Mitte. Oberdorf erobert sich die Kugel. Und ihr abgebreiter Zweikampf wird zurück, von Hagel zurück aufgelegt. Und sie schießt aus 17 Metern frei und trifft zum 1 zu 0. Nach 27 Minuten geht nach einem Befreiungsschlag von Froms Hut auf einmal die Linie entlang, geht bis an die Grundlinie, passt schulbuchmäßig genau an die Linie des 5-Meter-Raums. Da steht Eva Pajor und macht das 2 zu 0. Kurz danach muss Froms einen Fehler von Jansen ausbügen. Das schafft sie locker. Und in der 31. Minute, das heißt sieben Minuten nach dem 1 zu 0, fällt schon das 3 zu 0. Hagel passt links vor dem Strafraum auf Pajor, die komplett frei durch ist, weil Steuerwald nicht aufmerksam genug war und Gudolf aus dem Spiel ist. Die war irgendwo weit vorne. Steuerwald hätte absichern müssen, hat sie nicht gemacht. Pajor ist durch und erzielt das 3 zu 0. Steuerwald könnte dann kurz vor der Halbzeit noch verkürzen. Das klappt allerdings nicht. In der 2. Hälfte, dann gibt es in der 59. Minute einen Ball von Carrick auf Kempe, die aus abseitsverdächtiger Position aufs Tor zu läuft. So ganz aufzulösen ist es nicht. Und sie trifft zum 1 zu 3 aus Sicht des SC Freiburg. Und damit hat Merle Froms die letzten 3 Gegentreffer, die sie in ihrer Karriere kassiert hat, sind alle von Eileen Kempe geschossen worden. In der Nationalmannschaft mit Österreich und jetzt bei diesem Spiel gegen Wolfsburg. Herzliche Grüße an Philipp Eitzinger, der das herausrecherchiert hat. Und diesen Fakt wollte ich hier noch mit nennen. Weil aber schon in der 62. Minute das 4 zu 1 durch Cemayli fährt, ist dieses Spiel im Grunde durch. Gudolf muss zwar noch kurz vor Schluss das 4 zu 2 machen, schiebt freistehend, also trifft eigentlich den Ball gar nicht so richtig bei einem Querpass. Aber, Oskar, dieses Spiel ist sehr deutlich und sehr deutlich zugunsten der Wolfsburgerinnen gelaufen. Gab es denn etwas, was dich überrascht hat an dieser Partie? Also erstmal würde ich sagen, Freiburg hat echt auch ein gutes Spiel gemacht. Muss man ehrlicherweise sagen, es geht am Ende 4 zu 1 für Wolfsburg aus. Es sind natürlich diese sieben Minuten, wo sie drei Tore machen. Aber die ganz große Geschichte des Spiels ist für mich natürlich Riola Cemayli, die für Wolfsburg noch nie von Anfang an auf dem Platz stand. Aber jetzt gerade noch vor der Pause, vor der Länderspielpause im Pokal auch wieder so ein sehr, sehr krasses, überraschend starkes Ergebnis. Mit 9 zu 0 hat ja Wolfsburg da gegen die SGS Essen gewonnen. Also das hätte, glaube ich, in der Höhe auch nicht jeder gedacht. Da hat sie ihr erstes Tor gemacht für den VfL. Und jetzt eben ausgerechnet, dafür ist das Wort, glaube ich, erfunden, gegen den SC Freiburg, gegen ihren alten Klub, macht sie das 4 zu 1. Und das ist eben auch ein Teil der Wahrheit dieses Spiels. Das war schon wichtig, dass das 4 zu 1 fällt, weil die Freiburgerinnen, die haben nach dem 3 zu 1 schon Lunte gerochen, haben gemerkt, da könnte was gehen. Ich glaube, es war gleiche Höhe bei Kempels Tor. Kempel, super Spielerin. Also nicht umsonst macht sie die Tore da für Österreich, aber auch für die Freiburgerinnen. Da haben sie wirklich einen Top-Transfer getätigt, die Preisgauerinnen. Und ich bin gespannt, was da passiert. Auch auf der Trainerposition wird sich ja was verändern. Auch da die Geschichte, Theresa Merck ja auch mit einer VfL-Volceburg-Vergangenheit, also auch sie gegen ihren alten Klub, hat aber, finde ich, einen sehr guten Matchplan mitgegeben. Und es gibt am Ende halt die Qualität auch einer Eva Pajor, muss man sagen, die einfach trifft und trifft und trifft und ganz zu Recht auch ganz oben in der Torjägerinnenliste steht. Und beim VfL-Volceburg fallen so viele Spielerinnen gerade verletzt auch aus. Jetzt gibt es da Sven Desjons dort hier mit ihrer Schultergeschichte auch wieder raus, leider. Aber was die dann trotzdem für eine Qualität da eben bringen können auf dem Flügel, auch mit Jule Brandt, die bemüht war, wo nicht alles so gut geklappt hat. Da hieß es, der Knoten ist geplatzt. Aber Endemann, Pajor, du hast so viele Top-Namen auch in der Offensive und überhaupt auch im Feld. Also da muss man sagen, haben die Wolfsburger einen guten Job gemacht, was auch die Qualität in der Breite betrifft, weil trotzdem haben sie immer eine starke Erstelf. Und Lena Oberdorf immer offensiver gefühlt. Also ist jetzt schon eine Entwicklung der letzten Wochen, aber hat man in dem Spiel wieder deutlich gesehen. Absolut. Wurde ja gesagt vor der Saison, Tommi Stroh hat immer wieder betont, sie bekommt da noch mehr Möglichkeiten in der Offensive. Sie selber, fand ich interessant, hat ja gemeint, ja in München wurde ihr so ein bisschen aufgezeigt, was noch möglich ist, dass sie noch weiter vorne sein kann. Und das ist der Grund. Also Tommi Stroh hat da auch schon die Idee gehabt, natürlich sie da einzusetzen, da zu bringen. Und man sieht sie, sie kann einfach enorm gut aus diesen Positionen abschließen. Und auch ein Teil der Wahrheit ist, Karrick hatte zwei, drei Situationen, wo sie ein bisschen unglücklich agiert. Den Treffer von Obi hat sie ja auch, eigentlich mustergültig vorgelegt, nochmal in die Mitte, muss man leider sagen. Und auch in der Folge war sie, glaube ich, bei den Gegentoren immer mitbeteiligt und sah nicht immer ganz gut aus. Ja, und ich finde, das ist auf Freiburger Seite so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten. Das kann natürlich sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Wolfsburg, das waren jetzt zweimal vier Gegentreffer, da kann das natürlich passieren. Und vielleicht fällt das da besonders auf, weil die Gegnerinnen da die Chancen, die man ihnen auflegt, auch direkt nutzen. Aber ich glaube, es ist nicht zum ersten Mal, dass Freiburg innerhalb weniger Minuten einige Gegentore kassiert und eigentlich alle so ein bisschen mitbegünstigt mindestens. Also eben direkt auflegt, eine Seite komplett nicht schließt. Oder auch diese tiefe Pass auf Hut. Ich meine, es war ja eher so ein Befreiungsschlag aus dem Pressing heraus von Merle Frohms. Also Freiburg war sehr weit vorgeschoben. Und die Rückwärtsverteidigung, die Rückwärtsbewegung, die passt dann eben immer nicht auf allen Positionen. Plus im Strafraum gibt es immer wieder diese seltsamen, ungenauen Klärungsaktionen, wo man sich denkt, baller ihn doch einfach mit allem, was du hast, raus aus dem Strafraum. Du kriegst keinen Schönheitspreis dafür, dass du jetzt hier den Aufbaupass spielst. Aber das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, glaube ich, in dieser Saison. Das stimmt. Und ich glaube, es hat aber auch immer ein bisschen was damit zu tun, was du gerade für eine Stimmung auch in der Truppe hast. War schon zu merken, auch vor dem Spiel, die Freiburgerinnen sind schon auch ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen frustriert, aber nervt das schon, wie die gesamte Saison so gelaufen ist. Haben ja viel mehr Möglichkeiten. Ich finde, die haben auch einen richtig coolen Kader da beisammen. Auch immer mal wieder ein paar Ausfälle. Ich bin sehr froh, dass Gio Hoffmann jetzt auch mal verletzungsfrei ist. Dann merkt man auch, was sie für ein ihres Potenzial hat. Und Kayicchi würden wir uns alle wünschen, wenn sie auch weiterhin bei Freiburg im Trikot bleibt. Da schauen wir jetzt auch mal, wie da die Pläne weiter sind. Und deswegen beim VfL Wolfsburg, da wurden jetzt schon ein bisschen Nägel mit Köpfen gemacht. Da bleibt eine Svenja Huth weiter an Bord. Auch Hegering, die leider noch verletzt ist, bleibt im Klub. Also man hat vielleicht jetzt auch so ein bisschen festgestellt, okay, jetzt Titel wird es vielleicht nicht mehr, aber dafür sichern wir jetzt diesen zweiten Platz ab. Und dann entsteht vielleicht auch so eine Stimmung, dass man sagt, okay, jetzt bringen wir das noch richtig gut über die Bühne und dann mit neuer Energie ins neue Jahr, in die neue Saison. Und ich glaube, das gehört auch dazu, aber du hast natürlich recht, beim SC Freiburg fallen die Gegentore auch einfach viel zu leicht. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was sich da so grundsätzlich in der Spielsystematik ein bisschen verändert, weil es sind immer auch gute Elemente mit drin oder meistens bei Freiburg spielen, aber eben auch, zumindest jetzt in jüngerer Vergangenheit, wieder diese defensiven Probleme. Und gleichzeitig haben wir noch ein Thema, das so diesen Montag ein bisschen bestimmt hat, glaube ich, im deutschen Frauenfußball. Adriana, da würde ich dich auch gerne mit reinholen. Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass Eva Pajor nach dieser Saison nicht mehr für den VfL Wolfsburg stürmen wird, sondern für den FC Barcelona, die so eine kleine Wolfsburger Enklave aufmachen, bei sich im Team jetzt. Das ist Stand jetzt noch nicht bestätigt, aber nachdem es aus so vielen gut informierten Kreisen kommt, will ich es dann doch hier in diese Sendung mit reinheben. Oskar hat es ja gerade schon gesagt, Verlängerung mit Marina Hegering, Verlängerung mit Svenja Huth, jeweils mit Optionen auf eben dann noch eine weitere Funktion, auch nach der Profikarriere im Verein. Aber was würde das denn heißen, wenn Wolfsburg nicht nur Oberdorf und Jansen, sondern jetzt auch noch Pajor verliert? Ja, also ich glaube, man sieht allein schon, wie wichtig Pajor ist, wenn man auf die Torschützenliste in der Frauenbundessiega schaut, wo sie an der Spitze steht mit zehn Toren aktuell. Sie sind eine enorm wichtige Spielerin, die ist damals zu Wolfsburg gekommen, als sie noch ganz jung war, ablösefrei gekommen und hat sich dort wirklich zu einer der weltbesten Stürmerinnen entwickelt. Und ja, es hat sich ja schon ein bisschen angekündigt, dass sie Wolfsburg zum Saisonende verlässt. Im Sommer gab es schon Gerüchte Richtung Manchester United, Paris Saint-Germain. Dass es jetzt eventuell Barcelona wird, macht, finde ich, für sie noch mehr Sinn, weil es wirklich dann noch eine Steigerung zu Wolfsburg wird, nämlich zu dem Verein, der aktuell das Nonplusultra im Frauenfußball ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie da mit ihrer Spielweise sehr gut reinpasst. Aber wo sie natürlich gleichzeitig extrem hohe Konkurrenz bekommen wird. Aber ich glaube, da ist sie auf jeden Fall der Typ für, sich durchsetzen zu können. Auf der anderen Seite habt ihr angesprochen mit den Vertragsverlängerungen bei Wolfsburg. Allerdings viele Spielerinnen, auch von diesen älteren Spielerinnen, die nur ein Jahr jetzt noch länger bleiben, also bis 2025, da wo einige Verträge auslaufen werden. Bei Wolfsburg steht definitiv ein Umbruch an. Vielleicht hat man es so ein bisschen aufgeschoben, bis auf nächstes Jahr zum Teil. Aber man hat im Hintergrund natürlich auch schon Spielerinnen wie Shemaili, die immer mehr Spielzeit jetzt aktuell bekommt. Eine Endemann, die sich super integriert hat. Jule Brandt, die nach ein bisschen Schwierigkeiten zwischendrin jetzt auch wieder in den Flow gekommen ist. Jons dort ja sowieso, wenn sie nicht gerade verletzt ist. Und dann kommen natürlich auch in der Innenverteidigung, müssen Spielerinnen nachkommen, weil man da mit Hendrik und Hegering Spielern hat, die eben doch schon in ein gewisses Alter kommen. Und Jansen, die nach England geht. Und da muss man dann auch eine Spielerin wie Kamila Küwer integrieren, die noch sehr jung ist. Und gleichzeitig haben sie ja auch schon mit Dijkstra aus Nelila-Länderin, die sehr gut spielt, auch schon verpflichtet, die nächstes Jahr dabei sein wird. Also da wird sich sehr viel tun. Vielleicht schon im Sommer beim VfL Wolfsburg, aber auch im Laufe der nächsten Saison. Und wenn das mit Pajor wirklich durchgeht, dann bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was Wolfsburg mit dem ganzen Geld macht, was sie von Pajor bekommen und von Oberdorf, was zusammen ungefähr eine Million ungefähr ist nach Berichten. Und ja, damit kann man einiges machen, würde ich sagen. Ja, Oskar. Ich finde, einfach der Vollständigkeit halber, ja, für Jill Roth und auch für diese Pernille Harder gab es ja auch schon ein bisschen was. Also deswegen meine ich es eingangs auch, es ist halt sehr, sehr spannend zu sehen, wollen sie da oben jetzt wirklich Konkurrenz für die Bayern erzeugen und wollen sie vielleicht auch der Primus bleiben, wenn es nicht schon die Wachablösung gab. Bin auch sehr gespannt, du hast gerade so viele toll aufgezählt, Adriana, auch weil wir gerade über Freiburg auch geredet haben, kommt ja auch Janina Minge, die bei Freiburg interessanterweise gerade eben in der Innenverteidigung spielt, aber Tommi Stroth mir nochmal versichert hat, na, also ich würde die schon als Achter sehen. Und ja, dann haben wir da schon ein paar Kandidaten für das Mittelfeld. Wie stellen sie sich dann auf? Und das stimmt auch, dass diese Verträge ja, also da wurde auch ein bisschen gefeiert, vielleicht Jule Brandt geht nicht, hatte vielleicht auch so eine Option, aber der hat ja trotzdem auch Vertrag, wohl bis 2025. Also genau, was passiert dann darüber hinaus? Also da ist der Plan interessant und da können wir alle gespannt sein, was der VfL so plant und auch ein Sportdirektor, der ja dann da ist und der eine Richtung vorgibt. Es sind übrigens sogar schon zwölf Treffer für Eva Pajor, also drei Tore Vorsprung hat sie in der Torjägerinnenliste. Aber Oskar, weil du vorhin diese Nebenbemerkung gemacht hast in unserem Einstiegssegment, rechnest du damit, dass Wolfsburg von Hoffenheim und Frankfurt, also dass man sich eher einreiht in die Bayern-Verfolger-Riege und nicht mehr eben so, jetzt weiß ich nicht, mein Latein ist so schlecht, um zu sagen, was ist Primus Interpares mit Zweien, aber dass man nicht mehr gemeinsam mit Bayern quasi das erste Tier der Bundesliga ist, sondern sich eher dahinter mit den anderen Dreien dann wahrscheinlich um Rang 2 und 3 beweisen muss? Glaube ich eigentlich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Wolfsburg weiterhin mit den Bayern da oben an der Spitze sich duellieren wird. Ich glaube eher, dass halt eben zu einem Hoffenheim und Frankfurt schon noch in Leverkusen kommen kann. Jetzt nicht nur natürlich das Ergebnis, spielt natürlich dieser These jetzt sehr in die Karten, dass der Leverkusen auf einmal gegen Frankfurt glänzt. Aber ja, schauen wir mal auch uns genauer an, wo die Reise auch von der SGS Essen hingeht. Sie waren ja mit einer der Überraschungsteams, auch Werder Bremen. Also ich glaube eher, die stoßen daran an die 3 und die 4 und vorerst bleibt 1 und 2 schon Wolfsburg und München. Okay, ich glaube, da sind einige beruhigt, denn da lese ich schon große Ängste bei Wolfsburg-Fans, dass sie Angst haben, irrelevant zu werden und es nur noch um Platz 2 und 3 geht für den VfL. Schauen wir mal, was da kommt und schauen wir erst mal, ob das jetzt alles so kommt. Aber bemerkenswert ist es definitiv. Für die Freiburgerinnen geht es jetzt dann zum 1. FC Köln. Aktuell hat man 9 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Da sollte wohl nichts mehr passieren. Und für Wolfsburg geht es jetzt dann, wie eben schon vorhin angesprochen, zum MSV Duisburg. Und dann wird ja auch noch mal das Pokalfinale gegen den FC Bayern extrem wichtig werden. Und damit können wir dann eigentlich auch mal auf den nächsten Verfolger blicken. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Die hat an diesem Montagabend, an dem wir auch aufzeichnen, gegen den 1. FC Köln gespielt. Und schon bei der Platzwahl, Adriana, konnte man sehen, dass ein Element eingreifen würde in dieses Spiel. Fabian Dongus steht und ihr Zopf weht hinter ihr, fast schon Hollywood-Film mäßig, als würde sie auf einer Harley sitzen. Und sie wählt dann dementsprechend auch die Seitenwahl so, dass die TSG mit Rückenwind beginnen kann. So startet das Spiel von Hoffenheim auch. Man hat einige Chancen, aber dann in der 36. Minute verliert Michaela Specht vielleicht auch aufgrund des Windes. Der Ball dreht sich so ein bisschen ungünstig für sie weg. Einen langen Ball an Mesmer, die läuft 40 Meter auf Tofekowic zu, bleibt aber cool und erzielt das 1 zu 0 für den Außenseiter. Der 1. FC Köln führt und wäre damit schon ein gutes Stück dem Klassenerhalt näher. Hoffenheim versucht zu reagieren. Es gibt einige Wechsel und dann tatsächlich in der 79. Minute passiert es dann ein bisschen aus dem Nichts heraus. Corley dribbelt stark in den Strafraum. Degen grätscht noch in den Ball, trifft ihn aber nicht richtig. Corley legt auf Krummbiegel. Die lässt erst Viankowska und dann Agres aussteigen und schießt dann wunderbar in den linken Winkel. Danach haben noch Linda und Köstler Distanzschüsse. Dieselbe Köstler klärt dann bei einer Ecke von Manjou Wilde auf oder hinter der Linie. Ist nicht ganz aufzulösen. De facto zählt aber, also gibt es kein Tor. Das hätte das 2 zu 1 sein können. Ist es aber nicht. Endstand dieses Spieß 1 zu 1 und Hoffenheim lässt Adriana Punkte liegen. Eintracht Frankfurt, werden wir gleich noch drüber sprechen, hat verloren. Hoffenheim hätte die SGE distanzieren können. Warum ist das der TSG nicht geglückt, hier zu gewinnen gegen Köln? Ich glaube, das Hauptargument dafür ist, dass sie einfach in der Offensive zu wenig gemacht haben, zu wenig Aufwand betrieben haben. Nach den ersten 10 Minuten habe ich noch gedacht, ja, das entscheidet sich sehr schnell für Hoffenheim. Da haben sie, finde ich, gut nach vorne gespielt, haben auch die Räume gefunden, um eben hinter die Abwehrkette zu bekommen. Man muss auch sagen, dass Köln in der Zeit nicht so gut verteidigt hat. Also vor allem in den ersten 10 Minuten, da haben sie häufig den Ball geklärt und ist er gleich wieder bei einer Hoffenheimer Spielerin gelandet, was wieder zum Gegenangriff geführt hat. Aber nach diesen 10 Minuten finde ich, dass deutlich weniger aufs Tor gekommen ist von Hoffenheim und Köln gleichzeitig auch stärker geworden ist, was dann später sogar durch das eigene Tor von Köln, was ja aus dem Nichts wirklich gefallen ist, inwieweit der Wind da eine Rolle gespielt hat, hat man nicht so ganz gesehen bei dem Querschläger von Michaela Specht. Aber auf jeden Fall muss man trotzdem erstmal an der Stelle von Köln wirklich Maike Meß mal das ausnutzen und den auch machen und da cool bleiben vor dem Tor. Und da muss man wirklich sagen, dass sie da hinten in der Abwehr eine sehr gute Leistung danach abgeliefert haben und auch, finde ich, als Verbund zusammen in der Mannschaft, dass das sehr gut gegen Hoffenheim angegangen sind und gleichzeitig ja von Hoffenheim immer wieder die langen Bälle nach vorne gekommen sind, aber häufig unpräzise nicht angekommen bei der Gegnerin, die Flanken auch nicht die Spielerin gefunden und ich fand, dass erst durch die Einwechslung und später nochmal so ein bisschen mehr Druck aufgekommen ist, gerade durch Corley, die dann, finde ich, auch nochmal dieses kreative Element, was bei Hoffenheim gefehlt hat, nochmal ein bisschen aufleben lassen hat und auch ja durch ihre Hereingaben dann auch nochmal, ich glaube, sie hat auch das Tor dann mit vorbereitet. Genau. Genau, dann wirklich dann auch dieser entscheidende Faktor gewesen, aber auch ganz zum Schluss hätte ich auch nochmal mir gewünscht von Hoffenheim, dass da nochmal was kommt, dass sie auch auf Sieg wirklich gehen. Da hatte man dann eher noch das Gefühl, dass Köln noch eins macht, wo sie dann ja dieser Linienkratzer von Köstler, wo sie den Ball gerade noch geklärt hat, deswegen insgesamt Frankfurt hat Hoffenheim eigentlich eine Steilvorlage gegeben mit dem Ergebnis, dass sie wirklich um den Kampf um den Champions League Platz schon vielleicht eine Vorentscheidung vor dem direkten Duell herbeiführen können, beziehungsweise es selbst in der Hand haben, aber dadurch, dass es jetzt ja der Punkteunterschied doch nicht ganz so groß ist, können sie jetzt im direkten Duell gegen Frankfurt wird sich das dann vielleicht dann vorentscheiden. Ja, ich fand es interessant, dass es Hoffenheim mit Ausnahme der Anfangsphase eigentlich nie geschafft hat, so eine kontrollierte Druckphase aufzubauen und ich glaube, dass das aber auch sehr am 1. FC Köln lag, der wirklich Probleme hatte, ins Spiel zu kommen, hast du ja gerade auch schon erwähnt und Köln hat ja sehr, sehr hoch verteidigt und hat das sehr gut gemacht. Also wenn man sich zum Beispiel nur anguckt, welche, wie war die Chancenentstehung für die TSG zum Beispiel nach dem 1 zu 1, da war eigentlich kaum was zu sehen. Also es gab mal einen langen Ball von Tofekovic auf Köstler, die hat den Ball super angenommen mit dem ersten Kontakt, mit dem zweiten Kontakt geschossen, okay, das war's und es gab einmal Dribbling Corley, sie verliert den Ball und holt ihn dann aber wieder zurück, das war auch unsauber geklärt von Köln, das war fast so eine Freiburg-Aktion, möchte man fast schon sagen und das waren eigentlich schon, ich gucke nochmal kurz auf meine Liste, es gab noch einen Distanzschuss von Linder, das waren eigentlich die Chancen der TSG, also eben sehr wenig herausgespielt ist, ich fand über die Flügel, also Paulina Krummbiegel, das Tor macht sie ganz toll, ist ein wunderbarer Schuss, auch dass sie da so ruhig bleibt, bis sie den Schuss hat und ihn sich dann nimmt, ansonsten aber über die Flügel sehr wenig Gefahr, sowohl von Sarai Linder als auch von Krummbiegel auf der anderen Seite übers Zentrum, erst als Corley dann reinkam, das fand ich bemerkenswert und ist aber, glaube ich, vor allem ein Lob für den 1. FC Köln, der einfach sehr hoch verteidigt hat, mutig verteidigt hat, nicht fehlerfrei gespielt hat, passiert den wenigsten Teams, vor allem auch gegen Hoffenheim, aber die es der TSG echt schwer gemacht haben und wenn das hinten raus noch das 2 zu 1 wird für Köln, egal ob das die eine Ecke ist oder dann die letzte Ecke oder vielleicht dieser Pickenschuss von Schimmer, das wäre dann das 2 zu 0 gewesen in der 73. Also ich wäre dann hier gesessen und hätte gesagt, ja, das hat sich Köln verdient, das war ein richtig guter Auftritt, das fand ich bemerkenswert. Ja, unverdient wäre das auf jeden Fall nicht gewesen, also man hat auch, abgesehen von diesen ersten 10 Minuten an der Körpersprache auch von den Kölnerinnen gesehen, dass sie wirklich sich da in das Spiel reingebissen haben, bei den Einwürfen, wo sie wirklich um jeden Ball auch gekämpft haben, manchmal sogar physisch und dann noch den Ball weggeschlagen haben. Ich finde, da hat man das wirklich gesehen, dass sie auch da so ein bisschen Unruhe einfach bei Hoffenheim in das Spiel reinbringen wollten und das auch geschafft haben und dann wirklich, wie ich vorher eben gesagt habe, als Verbund das auch zusammen gelöst haben. Man hat auch gesehen, dass sie wirklich nach dem Tor wirklich nach vorne auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hatten, um dann zu spielen. Vorher noch häufig die Bälle nach Ballgewinn gleich nach vorne gespielt und gleich wieder verloren, aber später dann auch festgemacht und klatschen und gegangen wieder und auch nach dem Gegentor noch versucht haben, nach vorne zu gehen, was ja, sie hätten sich auch einfach zufrieden geben können mit dem einen Punkt. Ich glaube da, wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, wollt ihr den einen Punkt, dann hätten sie ihn gleich genommen, aber sie haben es dann wirklich noch am vorne gedrückt und ich finde, das verdient auf jeden Fall vollen Respekt und ist ein großes Zeichen dafür, dass sie in der ersten Liga bleiben wollen und sich etablieren wollen. So, jetzt haben wir ja interessante Konstellationen für beide Teams. Über die Hoffenheimer Konstellation sprechen wir vielleicht gleich, wenn wir Eintracht Frankfurt auch diskutiert haben, aber Köln hat drei Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg, hat jetzt noch ein Restprogramm von auswärts, nee, zu Hause, Entschuldigung, zu Hause, den SC Freiburg, auswärts Wolfsburg, ausbergs Essen und am letzten Spieltag zu Hause Eintracht Frankfurt. Adriana, du darfst vorlegen und dann darf Oskar nachziehen oder muss nachziehen. Schafft es Köln drin zu bleiben? Ich sage ja. Ich glaube zwar, dass sie das schwierigere Programm haben als zum Beispiel Nürnberg, die ja noch gegen Leipzig und gegen Duisburg spielen, also theoretisch noch sechs Punkte daraus bekommen könnten, aber ich glaube trotzdem, dass Köln die Qualität hat im Kader trotzdem noch auch gegen vermeintlich schwierigeren Gegner dann nochmal den einen oder anderen Punkt mitzunehmen und dadurch das zu sichern. Ich glaube gleichzeitig, wir kommen wahrscheinlich auch noch auf Nürnberg zu sprechen, dass die dann ja, das nicht vielleicht zu Ende bringen können und wirklich beide Spiele gegen ja, gegen die Keller-Kinder gewinnen können. Oskar, was ist dein Take? Also, es fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, aber ich glaube, Nürnberg schafft es. Also, also vor allem, weil es mir so leid tut für den 1. FC Köln, weil ich habe mir auch ein bisschen, ich hätte mich gefreut bei dem Spiel, das wir gerade besprochen haben, wenn da auch Niki Biller, die ja zum 1. FC Köln wechselt, die ja noch bei Hoffenheim spielt, die saß 90 Minuten nur auf der Bank, unglaubliche Top-Stürmerin, also dieser Kader vom 1. FC Köln, der hat eigentlich in der 2. Liga nichts verloren, aber ich habe einige Male die Klubberinnen kommentieren dürfen in der Saison, ich finde, die machen einen richtig guten Job, wir erinnern uns an das 1-1 gegen die Bayern auch, okay, da waren die Bayern richtig angenockt, es war eine ganz schwierige Phase und so weiter und so fort, aber trotzdem, die haben auch nicht umsonst vier Dreier auch gegen den 1. FC Köln gewonnen, also da sind gute Ergebnisse dabei gewesen und du hast das Restprogramm angesprochen, das spricht auch für den 1. FC Nürnberg. Ja, einziger Aspekt, Nürnberg holt seine Punkte immer auswärts, also zu Hause haben sie nur gegen den FC Bayern gepunktet, ansonsten, und gegen Freiburg, entschuldige noch, aber die Siege alle auswärts, ich glaube nicht, dass Nürnberg beide Spiele gewinnt, also sowohl gegen Leipzig als auch gegen Duisburg und dann sind Frankfurt und Bayern schwere Gegner, aber ich glaube auch, es könnte eng werden, mein, mein aktueller Tipp ist, die Tordifferenz wird es entscheiden und die ist so klar pro Nürnberg, dass es eigentlich vier Punkte Rückstand sind für den Klub und damit habe ich mich auch so ein bisschen rausgerettet, aus dieser, indem ich mich in die Mitte zwischen euch beide gesetzt habe. Wir werden es genau verfolgen, Köln jetzt dann gegen Freiburg und die TSG aus Hoffenheim, die zwei Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt hat, wird jetzt bei der SGS Essen antreten und dass es eben nur diese zwei Punkte sind, das hat auch mit einem Ergebnis des Wochenendes zu tun. Leverkusen gewinnt mit 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt und es gibt so ein paar Themen, die sich wiederholen, aber es sind auch neue Themen mit dabei. Also Themen, die sich wiederholen, ist zum Beispiel das Chancenverwertungs, der Chancenverwertungsaspekt bei Eintracht Frankfurt. Allein Anjomi vergibt mehrmals gute Chancen. Bei Leverkusen wiederum verletzt sich William Stottel muss verletzt raus, für sie kommt dann Lorien Bender und die trifft dann direkt. Es gibt einen Freistoß, nachdem Siems von Dunst gefault wird, Kögel bringt den nach innen und Bender grätscht den Ball an Stina Johannes vorbei, die rausgekommen war, aber nicht an den Ball gekommen. Also da kann man sie auch nicht aus der Verlosung rausnehmen, wohl eher auch Tendenz-Torhüterin-Fehler. So liegt Eintracht Frankfurt zurück, wechselt zur Halbzeit Schieber, die viele schon als Freigang ersetzt, die sie ja auch verletzt schon in der Startelf erwartet hätten, kommt erst in der Halbzeit zur zweiten Hälfte, also ein sehr früher Wechsel in Arnautes Dimensionen und sie zeigt gleich, dass es vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, sie früher zu bringen. Zumindest in dieser zweiten Hälfte ist sie richtig stark. Sie trifft nur den Pfosten, Anjomi vergibt auch wieder eine Chance, Prasnika trifft nur die Latte, dann muss Anjomi angeschlagen raus und so langsam rinnt die Zeit der SGE davon und als dann in der 92. Minute Henscher auch noch einen schlampigen Rückpass spielt auf Johannes und den sich Kaczewska dann schnappt und zum 2-0 trifft, ist tatsächlich dieser überraschende Sieg für Leverkusen eingetütet. Oskar, warum hat das Eintracht Frankfurt verloren? Lag es nur daran, dass Schieber nicht gespielt hat von Beginn an? Ne, ich denke nicht, also du hast es angesprochen, Anjomi, ich auch total schätze, super Spielerin, hat wirklich beste Chance, ich glaube 10. und 16. war es, frei vorm Kasten nicht verwandelt und auch Aluminium war dabei, Schieber und Prasnika. Wenn du einfach deine Chancen nicht machst, dann hat natürlich auch Leverkusen die Qualitäten, das dann auch eiskalt zu bestrafen und für mich die Geschichte des Spieltags auch das ausgerechnet hier wieder Lorraine Bender neben Cemaili, die gegen Freiburg trifft, auch sie, aber das finde ich noch ein bisschen größer, weil Lorraine Bender ist U17 Europameisterin, hat auch bei der U19 das DFB, knipst sie wie sie will, jede Spiel ein Tor, ein super Talent, jeder sagt ihnen eine große Zukunft voraus, wenn sie dann auch wirklich konstant gesund bleibt und dann kommt sie eben aus der Eintracht-Schmiede geht zu den Leverkusenerinnen, wird in der 33. eingewechselt und drei Minuten später macht sie ihr erstes Bundesliga-Tor, das ist natürlich schon eine coole Geschichte. Ja, außer du bist SGE-Fan, ich glaube, dann ist es nicht so cool. Haben da eher gekotzt von Leverkusen bis nach Frankfurt im Strahl. Weil auch das ja zu Eintracht-Frankfurt mit dazu gehört, also auf der einen Seite offensiv Chancen vergeben und auf der anderen Seite aber immer wieder defensive Fehler, in dem Fall jetzt Johannes, aber ja auch schon das Foul, das zum Freistoß führt, muss ja auf diese Art und Weise nicht passieren. Warum ist das immer wieder der Fall bei Eintracht Frankfurt, deiner Meinung nach? Sehr gute Frage. Also erstmal wollte ich noch sagen, kommt mir so in den Kopf, beide Teams finde ich auch sehr vergleichbar, sehr ähnlich. Die Frankfurter sind ein bisschen vor den Leverkusenerinnen, beide haben eine Kontinuität drin, auch Trainerposition, auch viele gewachsene Strukturen, die Teams kennen sich eigentlich und deswegen muss ich da auch gleich sagen, die Frankfurterinnen sind eigentlich ein eingespielter Haufen, also eigentlich verstehe ich es auch nicht, wird vielleicht hier und da ein bisschen was verändert, aber diese leichten Fehler, die vielleicht ist es auch hier und da eine Kopfsache, dass du in der Schlussphase der Saison bist, du hast ein ganz heißes Rennen mit Hoffenheim, weißt, ja okay, das müssen wir eigentlich holen, aber verlieren dürfen wir auf gar keinen Fall, weil sonst kommt nochmal Leverkusen ran und ich glaube, sobald man da anfängt zu merken, okay, der Erste ist nicht drin in der Zehnten, der Zweite ist nicht drin in der Sechzehnten und dann, ja, dann kommen vielleicht kleine Fehler dazu und dann verliert man sowas, aber die genaue Analyse, den genauen Grund, warum immer wieder solche Fehler passieren, ja, da brauchst du vielleicht, Nico Arnautis ist ein überragender Coach, die werden da natürlich nachschärfen, werden das immer wieder sagen, ich kann es mir eigentlich nur mit dem Kopf erklären, dass solche Dinge immer wieder drin sind. Gegenthese, kann es sein, dass Eintracht Frankfurt so ausrechenbar ist, weil das sich wiederholende Muster in dieser Saison ist und ja eigentlich auch schon in der letzten, wenn es die Gegnerinnen schaffen, das Zentrum dicht zu machen und eben die Eintracht dann vor allem über Flügelangriffe hat, dann wird es schnell eintönig und dann muss die Innenverteidigung gut stehen, da steht Leverkusen dann natürlich auch gleich mit drei Innenverteidigerinnen, das hast du auch oft gemerkt, also alle drei hatten auch mal so ihre Aussetzer, gerade Braxtrad gegen Anjomi, aber alle drei, Matisik, Braxtrad und Turani hatten ganz viele klärende Aktionen, ganz viele gewonnene Kopfballduelle, geblockte Schüsse und so weiter, also kann das vielleicht auch Teil der Erklärung sein, dass eigentlich jeder weiß, wie Eintracht Frankfurt spielt und im Grunde weiß inzwischen auch jeder, was man tun muss gegen Eintracht Frankfurt? Bin ich auch auf Adriana gespannt, ich würde sagen, nein, weil, wenn ich die Mittelfeldqualität und die Offensivqualität von Frankfurt sehe und dann auch sehe, wie viele unglaubliche Chancen sie ja haben, steht dem natürlich gegenüber, deswegen habe ich so ein bisschen die beiden verglichen, auch Leverkusen, eingespieltes Team, auch eine richtig gute Qualität in der Defensive hat, Robert De Pau hat einen absoluten Matchplan, schade, dass es für ihn da nicht weitergehen wird, aber wir sprechen da auch von Matjusik, Brakstatt und Turani, das sind super Defensivkünstlerinnen und trotzdem hat ja Frankfurt diese ganzen Chancen, also klar, man kann sich vielleicht, vielleicht könnte man argumentieren, ein bisschen zu leicht dann auch darauf einstellen, aber Abaratunst, also für mich die beste, eine der besten Spielerinnen der Liga, was du da auch für Möglichkeiten hast mit viel Tempo, auch wenn man es weiß, ich glaube, man kann Frankfurt eben wegen dieser großen Qualität auch wenn man sich darauf einstellen kann, nicht ideal, komplett verteidigen und wenn sie ihre Chancen nutzen, dann haben sie alle Möglichkeiten auch so ein Spiel, selbst wenn der Gegner sich gut darauf einstellt, für sich zu entscheiden. Adriana, was denkst du? Ich bin da tatsächlich bei Oskar, ich habe, letztens ist mir auch wieder aufgefallen, als im DFB-Pokal-Halbfinale, als Bayern gegen Frankfurt gespielt hat, wo sich Bayern ja wieder schwer getan hat gegen Frankfurt, obwohl sie, also wie schon in den beiden Ligaspielen, wie das der Fall gewesen war, also eigentlich die, in dieser Saison wahrscheinlich die Mannschaft, die Bayern vor die größten Probleme in der Frontbundesliga gestellt hat und da würde ich auch wieder dagegen sagen, also da haben, die Bayern wissen, was auf sie zukommt, die anderen Mannschaften wissen auch, was auf sie zukommt, aber trotzdem schafft es Frankfurt irgendwie die eigene Qualität dann auszuspielen und den eigenen Spielplan und ich glaube, gerade in der Partie jetzt auch gegen Leverkusen vielleicht lag Leverkusen einfach, oder Frankfurt lag Leverkusen vielleicht einfach ein bisschen besser, eben dadurch, dass auch viel mit hohen Flanken gearbeitet wird und da die großen Verteidigerinnen drin sind und auch, dass man gleichzeitig die Mitte vielleicht dann zugemacht hat. Ich glaube, das ist einfach, dass da mehrere Variablen mit reinspielen und gleichzeitig, wie ihr auch schon angesprochen habt, dass Frankfurt hatte ja die Chancen. Sie hätten schon früher alles klar machen können, aber haben die eben nicht genutzt und deswegen, das zahlt sich im Fußball immer aus. Und vielleicht noch ergänzt, du hast natürlich auch eine Liederin mit Laura Freigang, die dann da fehlt, also die ist ja vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Faktor und eine Spielerin ihrer Qualität kannst du auch nicht so einfach mal locker wegstecken. Trotzdem haben sie auch, finde ich, auch in der Breite, da haben sie sich verbessert, aber die tut natürlich auch Frankfurt sehr, sehr gut, wenn sie auf dem Platz steht. Also ich finde, mit Blick auf dieses Spiel kann man euch auf jeden Fall zustimmen und auch wenn man sich anguckt, wo hat Frankfurt Punkte liegen lassen und sind es die Topspiele und dann aber halt vor allem in Essen und in Leipzig sind beides Spiele, die dürfen sie nicht verlieren. Vor allem Leipzig war auch das Thema Chancenverwertung großes. Ich finde es interessant, dass Nico Anautis dennoch sehr heftig kritisiert wird zum Teil. Diese Kritik hat es jetzt sogar ins Forum bei uns geschafft, deswegen wollte ich eben euch auch mal darauf ansprechen. Ich habe aber schon noch ein paar Probleme mit dem immer gleichen Ansatz von Eintracht Frankfurt. Also so gut das oft funktioniert und in dem Spiel gegen Leverkusen fand ich das jetzt eigentlich auch in Ordnung und hätte eigentlich auch funktionieren können. Aber das lag auch daran, dass ich finde, dass Leverkusen ganz oft seine taktischen Vorteile nicht ausspielt. Deswegen finde ich das ein bisschen weniger überraschend als du, Oskar, dass Robert de Pau da nicht mehr weiterspielt. Also in dem Spiel war es auch so, wenn du dieses 4-4-2-Raute gegen Dreieraufbau spielst, dann schiebt die Zehnerin mit durch, damit du drei gegen drei hast und nur wenn Leverkusen die Torhüterin noch mitnimmt, dann sind die in Überzahl. Aber du bist rein theoretisch immer eine Spielerin im Zentrum zu wenig und über die Flügel ist es sehr schwierig, weil normalerweise die Außenläuferinnen dann deine Verteidigerin pinnen können. Also sprich, wenn die hochstehen, dann können deine Verteidigerinnen, die Außenverteidigerin eigentlich kaum was machen und nicht helfen, wenn im Zentrum überladen wird. Da gab es einzelne Situationen, wo ich das Gefühl hatte, Leverkusen wollte genau das machen, eben dann so über das Zentrum zu spielen und dann eben diese Überzahl auszunutzen, die man da relativ schnell generieren kann mit dem Pass ins Zentrum rein. Aber wie so oft in der Saison haben sie oft abgebrochen, dann wieder zurückgespielt hinter die Pressinglinie. Ich bin hier wahnsinnig geworden, ich kann es euch sagen. Und dabei hätten sie ja eigentlich Spielermaterial. Also Leves ist, finde ich, so eine Spielerin, die ist ja prädestiniert dafür, für solche Flügel- und Flankenläufe. Ja, vielleicht kann man da versuchen, eine größere Variabilität reinzubekommen, auf beiden Seiten auch. Vielleicht kann man da was anpassen, dass man da eben diese Stärken besser ausspielt. Da hast du natürlich recht. Plan B in der Tasche ist immer gut, vor allem, wenn man merkt, okay, so klappt es vielleicht nicht so gut in dem Spiel. Genau, wobei man gleichzeitig dazu sagen muss, auf beiden Seiten hat eine ganz wichtige Offensivspielerin gefehlt. Also William Stotti auf der einen Seite und auf der anderen Seite Laura Freigang. Also vielleicht tue ich mich dann hier als Sofa-Trainer auch sehr leicht und sage, Mensch, meine Güte, schieb doch einfach die hier hin und dann da und dann kaufen wir bei FIFA noch diese Spielerinnen und dann ist doch alles easy. Also das will ich dann hier schon auch nochmal einschränken mit dazu sagen. Am Ende ist es ja so, dass Eintracht Frankfurt nach diesem Spieltag mit dem blauen Auge davon gekommen ist. Das wusste man bloß damals noch nicht. Zwei Punkte Rückstand sind es auf Hoffenheim, es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg und dann geht es eben zur TSG nach Hoffenheim und ich hatte es ja schon angekündigt, auch hier möchte ich eine Prognose von euch. Adriana, Hoffenheim 34 Punkte, Eintracht Frankfurt 32 Punkte. Wer schafft es, Rang 3 fix zu machen? Boah, also das wird schon schwierig. Also das im Hinspiel hat es Frankfurt für sich entschieden. Allerdings muss ich sagen, dass sie in der ersten Halbzeit mich echt wenig überzeugt haben und dann mit Laura Freigang natürlich schon eine sehr starke Spielerin fehlt. Aber vielleicht bringt Arnautis ja vielleicht das nächste Mal Chiba von Anfang an und sie macht genauso viel Druck, wie sie das heute gemacht hat. Zumindest gestern gemacht hat. Dann ich glaube, dass Frankfurt das macht. Ich hoffe es auch für die Atmosphäre, die man hoffentlich wieder in der Champions League ist, wie man das in dieser Saison mitbekommen hat. Oscar? Ja, ich glaube, da kann man fast eine Münze werfen, aber deswegen halte ich einfach mal dagegen und sage, die Hoffenheimerinnen, die packen den dritten Platz. Ich hatte sie erlebt im Diepenhop-Stadion gegen den VfL Wolfsburg, da haben sie gewonnen. Die haben einfach auch Krumm-Biegel, wenn da alles gut ist. Jetzt haben sie natürlich, jetzt haben wir alle den Eindruck von heute, gegen den 1. FC Köln spielen sie nur unentschieden, aber das ist so, da werden kleinste Nuancen entscheiden. Am letzten Spieltag spielt Hoffenheim zu Hause gegen den FC Bayern München. Das ist natürlich krass gegen meine These. Jetzt weiß ich nicht, ob sie da beste Chancen haben zu gewinnen, aber trotzdem, ich glaube, Hoffenheim holt den dritten Platz. Das ist tatsächlich auch mein Gefühl, trotz dieses Heimspiels, noch gegen Bayern. Hoffenheim wird sich noch wahnsinnig ärgern, dass man jetzt gegen Köln unentschieden gespielt hat, denn du brauchst drei Punkte Vorsprung, dann kannst du in dieses letzte Spiel gehen und es ist egal, was Bayern da macht, wie die auch diese Saison ausklingen lassen wollen. Ich sehe aber trotzdem Hoffenheim in der Pole Position aktuell, muss ich sagen. Aber da kann ich schon am nächsten Spieltag beim Auswärtsspiel in Essen widerlegt worden sein. Aber ist ja schön, dass es noch so viele interessante Fragen zu besprechen gibt nach dem 18. Spieltag. Also Frankfurt jetzt aber erstmal gegen den 1. FC Nürnberg zu Hause und Leverkusen wird es dann bei Raba Leipzig antreten. Leverkusen 28 Punkte, damit sechs Punkte Rückstand auf Rang drei und es scheint so zu sein, dass es ein versöhnliches Ende wird für diese Saison und dann auch ein versöhnlicher Abschied mit und von Robert de Pau. Dann blicken wir nochmal auf den Abstiegskampf beziehungsweise das Rennen um den Klassenerhalt, wie es ja lieber geframed wird von vielen Trainern. Und in diesen Rennen um den Klassenerhalt, da hat der 1. FC Nürnberg zwei Rückschläge hinnehmen müssen. Der 1. der kam schon vor dem Anpfiff des Spiels gegen die SG ist Essen. Nämlich Afawi hat sich so schwer verletzt, dass sie nicht mehr eingreifen wird können in dieses Saisonfinale. Das ist natürlich ein herber Rückschlag und so arg viel besser ging es dann im Spiel gegen Essen auch nicht weiter. Schon in der siebten Minute verursacht Lara Schmidt einen Freistoß und als wüsste sie schon, was aus diesem Freistoß passiert, ärgert sie sich wahnsinnig darüber. Kowalski bringt ihn nach innen, Rieke kann freistehend das 1 zu 0 köpfen und schon läuft Nürnberg einem Rückstand hinterher, der auch noch höher wird. Denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte bringt Kowalski wieder einen Freistoß vom linken Strafraum-Eck nach innen, der von Schmidt als Bogenlampe geklärt wird. Procella schießt den Ball aus der Drehung über Paulik ins Netz. Die sieht nicht ganz so gut aus bei diesem Treffer, wie allerdings viele Nürnbergerinnen ehrlicherweise nicht gut aussehen bei Standardsituationen gegen Essen. 2 zu 0 für die SGS. Nürnberg wechselt dreimal, die Tore macht aber weiter, nur die SGS. In der 49. Minute kann Ostermail mit viel Platz den linken Flügel entlang dribbeln. Ihren Pass auf Maier bekommt Nürnberg noch verteidigt, aber nur so, dass Procella an den Ball kommt und die aus der Drehung durch die Beine von Maierberg zum 3 zu 0 trifft und ihren Doppelpack schnürt, wenn man so schön sagt und als dann in der 54. Minute ein Eckball von Kowalski bei Meisner landet, die mit einem satten Schuss in den Winkel das 4 zu 0 erzielt, ist dieses Spiel entschieden und der 1. FC Nürnberg kann froh sein, dass Paulik noch mehrmals gut pariert und es nur bei diesem 0 zu 4 bleibt. Adriana, warum hat es der Klub nicht geschafft, dieses Spiel enger zu gestalten? Kann man eine Analyse dieses Spiels wagen, ohne darüber zu sprechen, dass fast alle Chancen nach Standards herausgespielt wurden für Essen? Ja, also vorweg, vielleicht werden alle, die das Spiel geschaut haben, verstehen vielleicht, warum ich auch nicht ganz so optimistisch bin, dass Nürnberg in der 1. Bundesliga bleibt. Ich glaube, das fängt einfach in der Abwehr an. Ich finde, gerade bei Standards ist da einfach die Aufteilung extrem schlecht, also fast jede Ecke ist bei Essen gelandet und ist irgendwie in eine Chance umgewandelt worden. Mir fällt gerade nur eine Ecke ein, da wo sie, glaube ich, gleich den Ball rausschlagen konnten, sonst ist immer mindestens über eine Station dann, ja, da wo es natürlich jedes Mal wieder gefährlich wird im Strafraum und ich glaube, da fängt es an. Dann geht es weiter über Aufbauspiel, da wo immer wieder eigentlich das Gleiche gemacht wird. Zwar kann man sich vielleicht, wenn der Gegner es zulässt, hinten rumspielen, dann geht der Ball meistens zu steck, die schlägt den Ball nach vorne und dann versucht man ihn zu kontrollieren. Manchmal funktioniert es, manchmal eben nicht und dann geht es eben weiter. Vornehin in der Offensive fand ich, dass gerade in dem Spiel deutlich zu wenig gekommen ist. Ich glaube, bei der Kicker-Statistik waren vier Torschüsse, ich glaube, das war dann auch sehr optimistisch gedacht, vielleicht Richtung Tor. Und alle nach dem 0 zu 4 übrigens. Also bis zum 0 zu 4 hat nur Essen Schüsse abgegeben. Ja, und ich finde, das ist einfach zu wenig. Also für eine Mannschaft, die in der ersten Liga spielen will und sich auch halten will, auch wenn der Gegner SGS Essen heißt, die eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ich glaube, da gerade der Ausfall von Afarui, die ja erst im Winter gekommen ist, aber trotzdem finde ich, gleich einen sehr großen Einfluss genommen hat, sehr großen positiven Einfluss auf die Nürnberger Offensive durch ihre Schnelligkeit, durch auch gute Technik. Deswegen finde ich das ja sehr großer, großer Schlag für Nürnberg, dass sie die, ja die komplette restliche Saison ausfällt. Und ja, deswegen glaube ich, dass es für Nürnberg ja ganz schwierig wird, jetzt auch nur in den nächsten Spielen. Ja, die Prognose ist glaube ich nicht besonders, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich muss sagen, mich hat dieses Spiel ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich auch gar nicht weiß, was man sagen soll, wenn es so offensichtlich ist, woran es hapert. Also es ist halt einfach schlecht verteidigt. Die Standards sind nicht gut. Hinten raus gab es dann auch Chancen aus dem laufenden Spiel heraus, aber die Standards haben dieses Spiel entschieden. Und da kann man jetzt bei jedem Einzelnen durchgehen und nochmal drüber sprechen, was da im Detail schlecht war. Aber, also ich glaube, das ist die kürzeste Analyse, die ich an diesem Spieltag habe. Wobei, wir kommen noch gegen Leipzig, da ist auch nicht so viel passiert. Aber es war halt einfach, ja, war nicht gut genug. Lea Paulik hat noch eine höhere Niederlage verhindert. Essen wiederum hat natürlich auch eine Stärke bei Standards. Also man kann es natürlich auch positiv wenden, kann es sagen, Natascha Kowalski ist da auch eine, die einfach toll die Bälle nach innen bringt. Es gibt auch ein sehr gutes Freilaufverhalten. Also Meissner, glaube ich, läuft so einen Bogen, bevor sie da zu ihrem Schuss kommt. Und Rieke wird auch freigeblockt, meiner Meinung nach, beim 1-0. Aber da bin ich jetzt schon in der Detailanalyse, die ich gar nicht machen wollte. Essen war halt einfach klar besser und Essen war halt auch diese vier Tore besser. Und das ist halt schon schade, muss man sagen. Ja, ich finde auch nochmal vielleicht ein Beispiel dafür, beide Tore von Lilly Porcella, da wo sie wirklich bei beiden Toren steht sie im Strafraum, kann den Ball annehmen mit dem Rücken zum Tor und schafft es trotzdem irgendwie sich zu drehen beziehungsweise den Ball aufs Tor zu bekommen. Ich glaube, beim zweiten Tor ist sie sogar noch wirklich im Strafraum noch bis auf die andere Seite gelaufen und wird einfach nicht gestört und das kann einfach nicht sein. Ja, das stimmt. Eine Beobachtung habe ich noch und dann endet meine Analysefähigkeit dieses Spiels. Laurita Elmasi braucht einen zweiten Move. Also, die täuscht immer links und geht nach rechts vorbei und sie ist trotzdem so oft an ihren Gegenspielerinnen vorbeigekommen, aber an der dritten ist sie dann immer hängen geblieben, also spätestens an der dritten. Also, vielleicht kann sie den Rest der Saison üben, dass sie hin und wieder mal links vorbeigeht, dann kann man im richtigen Moment auch wieder rechts vorbeigehen. Das war's. Das kommt mit der Erfahrung. Sie ist ja noch jung, da kommt noch was. Aber wirklich, ja, denke ich auch. Sie ist ja eine Spielerin von Essen, da weiß man, es gibt eine stetige Entwicklung. Nürnberg, drei Punkte Rückstand, wir haben es vorhin ja schon ausführlich thematisiert, wird jetzt bei Eintracht Frankfurt antreten und dann sind wir alle sehr gespannt auf das Heimspiel gegen Raber Leipzig und für die SGS Essen, die jetzt bei 26 Punkten steht und damit sich eben auch oben ran gesaugt hat. Vorhin hat sie ja Oskar auch schon mit reingenommen in die Verlosung der Teams, die sich da vielleicht so da häufiger mal oben etablieren können. Für die SGS geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Und damit kommen wir noch zum Knallerspiel, das am Freitagabend stattfand, zwischen Werder Bremen und Rasenballsport Leipzig. Es gibt vor etwas mehr als 1300 ZuschauerInnen wenig Chancen für beide, aber dann kommt in der 18. Minute Racco zentral an den Ball, ihr Steckpass wird abgefangen, Fodala versucht nochmal zu stecken, der Ball kommt zu Brecht und die trifft aus 15 Metern wunderschön zum 1 zu 0 für Leipzig unter die Latte. Dann muss Krug verletzt raus und Werder startet besser in die zweite Hälfte als die Gegnerinnen, was dann auch in der 56. Minute mit einem wunderschön herausgespielten Tor seinen Ausdruck findet. Mahmut passt auf Hahn, die an die Grundlinie geht und nach innen flankt. Dabei kommt leicht abgefälscht zur Weidauer die Volley an die Unterkante der Latte schießt und so ein wirklich sehr sehr schönes 1 zu 1 erzielt. Danach muss die vorher gerade erst eingewechselte Seehahn wieder ausgewechselt werden. In der Nachspielzeit kommt Wirz am zweiten Pfosten bei einer Ecke frei zum Schuss, trifft nur das Außennetz und das, lieber Oskar, war es im Grunde schon. Es war kein ereignisreiches Spiel, dieses 1 zu 1 zwischen Werder Bremen und Leipzig. Natürlich können die Leipzigerinnen besser noch mit diesem Punkt leben, denn das bedeutet, jetzt hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und dennoch hatte ich das Gefühl, auch Werder Bremen war irgendwie erleichtert, mal wieder gepunktet zu haben und nicht verloren zu haben. War das auch so dein Gefühl nach diesem Spiel? Schon, aber ich habe da diesen Schluss für vor Augen, wo eine Sophie Weidauer, die natürlich immer ackert wie verrückt, mit hängendem Kopf und hängenden Schultern einfach so zusammenbricht, wahrscheinlich innerlich vor allem und die Leipzigerinnen waren da schon ein bisschen mit einer noch positiveren Körpersprache und ich finde, die Geschichte des Spiels ist eigentlich gar nicht das Spiel, sondern das Hinspiel. Das war einfach ein 5-0 für Werder, da sah Elvira Herzog, ich hatte das Spiel auch gemacht, überhaupt nicht gut aus, oft und da habe ich, spätestens da war mir klar, Sophie Weidauer wird nicht mehr lang brauchen, bis sie auch deutsche Nationalspielerin ist. Sie ist so gut, auch in dem Spiel hat sie es wieder gezeigt, ja, das war ein super Transfer von Werder und dann auch kein Zufall, dass sie da entsprechend in der 56. das 1-1 macht, also das war bezeichnend und man sieht auch, welche Qualität grundsätzlich in Werder trotzdem drin steckt es dann auch bei dem Treffer, war vielleicht eine der wenigen auch sehr gelungenen direkten Aktionen, aber genau, da sieht man, welch Potenzial schlummert und welch Superstürmerin eben da vorne drin steht. Und du denkst direkt ans Nationalteam, wenn du an Sophie Weidauer denkst, das fand ich jetzt einen interessanten Text. Absolut, instant, das ist nicht vermeidbar, da denke ich, also, oder? Also ich finde, sie hat einfach, sie ist auch noch sehr, sehr jung, sie hat das, was Werder so vermissen hat lassen. In den letzten Jahren, wir erinnern uns, sie haben ja mit Minusrekorden, was das eigene Tore schießen anbelangt, eher geglänzt und auf einmal haben sie da eine Weidauer, die die Tore macht und ich, also ich sehe einfach ihre Entwicklung und sage ich mal, in so einem Chart ist sie eine ganz heiße Aktie, die immer weiter nach oben geht. These, aber ich glaube, sie hätte es sich schon verdient, sich da vielleicht auch mal ein bisschen auszuzeichnen. Adriane, hast du dazu eine Meinung? Ich habe dich ähnlich reagieren sehen wie ich. Ich hätte sie jetzt ganz so weit vorne ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich den Gedanken auch spannend. Also auf längere Sicht würde ich auch sagen, auf jeden Fall, man weiß ja auch nicht, wenn jetzt der wirktes Abendantritt nach Olympia, wird er vielleicht auch erst mal einen größeren Pool von Spielerinnen wieder sich anschauen wollen und da schauen, wie er vielleicht auch das Team neu zusammenstellt. Man weiß auch nicht, wie viele Spielerinnen dann auch ja vielleicht eventuell ihre Karriere beenden werden, beziehungsweise ihre Nationalmannschaftskarriere beenden werden nach Olympia und ja, auf längere Sicht auf jeden Fall so viel Weidauer, aber ich glaube auch, da muss man auch wieder das Thema vielleicht erwähnen, deutsche U23, die nicht vorhanden ist, da wo auch andere Spielerinnen ja eine Chance bekommen würden, wie es sich jetzt auch eine Kowalski, El Masi vielleicht auch oder Gia Corley, ich glaube alles in die Richtung, die so ein bisschen so in dem Zwischenraum sind, haben das Potenzial, bald mal dabei zu sein, aber brauchen noch so ein bisschen. Ich glaube, da fällt auch so viel weiter ein bisschen mit rein. Ja, ist ein guter Aspekt. Kowalski ist das Gleiche mit meinem Kopf und der Nationalmannschaft, wollte ich nur kurz nochmal ergänzen. Ich würde gerne mal mietfrei in deinem Kopf wohnen, um zu wissen, wie die zukünftige Nationalmannschaft einmal aussieht. Beziehungsweise auch die ganzen jungen Torhüterinnen, die endlich mal Spielzeit für die Nationalmannschaft bekommen werden. Ganz großer Nationalmannschaftskader. Ja, du bist quasi wie Horst Rubisch. Aber jetzt erst mal 18. Finde übrigens alle Hörerinnen und Hörer, die sich für das Nationalteam interessieren. Dazu haben wir natürlich auch letzte Woche eine Folge veröffentlicht. Wir haben natürlich die beiden EM-Quali-Spiele hier im Rasenfunk auch besprochen, müsste den Nationalteams-Feed suchen. Aber was ist denn darüber hinaus noch zu sagen zu diesem Spiel? Ich meine, Leipzig hat aus wenig Vieh gemacht, das muss man schon sagen. Also Expected Goes-Wert von 0,2. Am Ende hatte man vier Schüsse, einer aufs Tor. Also wir sprechen hier von 1. FC Nürnberg-Zahlen, aber es hat sich nicht ganz so angefühlt. Nee, ich finde, wir haben da grundsätzlich eine solide Qualität. Wir haben da auch wieder mit Brecht und Landenberger gestartet. Auch wohl dem, der dann noch eine Andrade da dran hat. Also das ist dann schon vielleicht der Ticken mehr Qualität auch im Kader, der dann so einen Unentschieden möglich macht und der vielleicht dann auch sie nicht ganz unten noch reinrutschen lässt. Aber da ist natürlich auch noch nichts entschieden. Also wird noch sehr, sehr spannend für die letzten Spiele. Und Leipzig ist natürlich auch Aufsteiger und dafür muss man sagen, machen sie es gut. Ich glaube, sie wären auch deutlich lieber weiter oben gelandet. Also sie hatten vielleicht selber auch den Anspruch. Viele haben gesagt, ist kein normaler Aufsteiger. Jetzt sind sie doch unten mit dabei. Ein bisschen Zähne knirschen, glaube ich, vor allem in der Hinrunde. Aber nach und nach greifen vielleicht auch die Mechanismen, die man versucht hat, schon früher zu finden. Und die Abläufe. Ja, und ich fand es interessant, dass man in vielen Bereichen des Spielfelds eigentlich so halbwegs auf Augenhöhe war. Und dann gab es aber halt, die eine Überlegenheit war das, das war auf dem rechten Flügel. Also Mahmoud hat einfach ein super Spiel gemacht. Er hat sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt, dass das 1 zu 1 über eine Aktion vom rechten Flügelfeld war. Also alles andere wäre eigentlich eher der Skandal gewesen. So war es fast schon folgerichtig durch den Spielverlauf. Aber ansonsten hat es eigentlich Leipzig auf vielen, an vielen Orten des Spielfelds recht ausgeglichen gehalten. Auch zum Beispiel Nina Lösen, die ja schon ganze Spiele alleine entschieden hat. Oder generell der linke Flügel auch bei Werder Bremen. War eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen. Das finde ich schon interessant. Auch Jenny Hipp, wenn die einen guten Tag hat, dann kann die so viel im Mittelfeld klären, durch ihre harte Art, Zweikämpfe zu führen. Das ist schon ein Fundament, auf dem Leipzig da aufbauen kann, glaube ich. Total. Nochmal das Hinspiel kurz erwähnt. Sie brechen halt oder sind in der Saison halt immer wieder trotzdem auseinandergebrochen. Also eigentlich haben sie ein gutes Fundament. Jenny Hipp hat da, glaube ich, auch einen ganz guten Schuss mal aus der Distanz, der dann doch recht klar am Tor vorbeigeht. Aber klar, sie ist eine ganz wichtige Figur. Und ich glaube auch Viktoria Krug musste relativ früh runter, verletzungsbedingt, Kapitänin. Also da hat man auch in der letzten Saison schon gut was aufgebaut, hat auch, haben es glaube ich schon mal besprochen, hatten auch eine gute Transfer, Philosophie, Ex-Leverkusenerinnen dazugeholt. Also eine gewisse Bundesliga-Erfahrung ist auch schon drin. Ich glaube, jetzt haben sie sich halt nach und nach auch entsprechend gefangen, Landenberger auch, FCB-Ausbildung genossen. Also das kommt auch nicht von ungefähr, dass sie dann da auch performen kann auf dem Niveau. Wir sind immer gespannt. Ich glaube, diese erste Saison ist mit die schwierigste, oder? Für Aufsteiger. Nein, die zweite ist doch immer die schwierigste. Ja, vielleicht auch das. Aber beim 1. FC Nürnberg, finde ich, hat man schon, habe ich jetzt vom Gedanken vom ersten, mehr Highlights schon drin, wo ich sage, okay, da haben sie wirklich auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Und auch, um ehrlich zu sein, im Gespräch mit den Bundesliga-Trainern oder Verantwortlichen, wird mir auch ganz oft so dieser Eindruck bestätigt. Also dass viele sagen, ja, eigentlich hat der 1. FC Nürnberg gefühlt zu wenig Punkte für das, was sie in der Saison auch schon so gebracht haben. Und die Leipziger nach ihrem eigenen Selbstverständnis zu wenig. Und deswegen haben wir dann die Tabelle. Mal sehen, ja, ob sie noch mal unten reinrutschen. Was meint ihr? Ich kann mir halt vorstellen, dass es schon noch mal der Fall wird, dass die drei dann da das unter sich ausmachen. Ich weiß es nicht. Adriana, also ich habe ja vorhin schon meinen, ich glaube, Leipzig ist ehrlich gesagt weg. Also ich glaube, es geht um Köln und Nürnberg. Deswegen habe ich vorhin auch so ausführlich über die beiden diskutieren lassen. Adriana, wie denkst du es? Ich glaube auch, dass Leipzig trotzdem dann irgendwie, ich sehe sie auch im Spiel gegen Nürnberg entweder leicht vorne, beziehungsweise dann wieder das in Unentschieden irgendwie daraus entsteht. Deswegen glaube ich, dass Leipzig sich nicht nach vorne und nicht nach hinten bewegen wird, sagen wir es so. Ich glaube einfach, dass sie dadurch, dass sie vor dem Saisonbeginn so eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst gestellt haben, dass die Fallhöhe natürlich dadurch, ja, war natürlich deutlich größer. Und ja, was man jetzt auch daran merkt, dass der Trainer dann gehen muss, der Vertrag von Schabern und Usun wird nicht verlängert. Und ganz, ganz die Hintergründe weiß man nicht, außer das dann eben doch eine andere, ja, andere Vorstellung, wie, was die, was die Ziele sind mit dem Verein. Anscheinend, dass es da ein bisschen auseinandergegangen ist. Und ich finde aber trotzdem, dafür, dass Leipzig die erste Saison in der ersten Bundesliga spielt, ist es recht solide. Und da stehen sie jetzt vor den letzten Spieltagen ganz, ganz gut da, dadurch, dass sie nicht komplett unten auf den Abstiegsplätzen sind. Fünf Punkte Vorsprung sind es. Und vielleicht war das der Fluch der guten DFB-Pokalsaison, der auch zu dieser Erwartungshaltung, die ja nicht nur aus Leipzig kam, sondern auch von extern vor allem, zu geführt hat. Aber DFB-Pokal ist eben nicht gleichbedeutend mit Liga-Betrieb. Im DFB-Pokal ist es dann vielleicht nochmal eine andere Situation, gegen Erstligisten zu gewinnen. Für Leipzig geht es jetzt weiter, gegen Leverkusen zu Hause, dann das wichtige Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Und Werder Bremen, das mit 22 Punkten ganz entspannt diese Saison jetzt ausklingen lassen kann. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, jetzt so langsam freuen sie sich auch alle auf den Ausklang dieser Saison. Es zieht sich jetzt hinten raus so ein bisschen. Letzter Sieg war vor sieben Spielen gegen Nürnberg, dieses 4 zu 0. Werder muss jetzt dann zum FC Bayern, vielleicht nicht die angenehmste Reise, dann spielt man gegen Duisburg, Wolfsburg und Leverkusen. Und dann wird auch Werder Bremen in die Sommerpause dürfen und Sophie Weidauer wahrscheinlich ihre letzte Sommerpause genießen, bevor sie dann Stammspielerin im deutschen Nationalteam ist. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Wir haben doch unsere Awards-Lieber vergeben wollen, unseren MVP, also jeder für sich, unsere Ansagen Heroin und unseren Moment des Spieltags. Oskar, du darfst mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags? Eva Pajor. Sie trifft und trifft und trifft. Sie ist so wichtig und eben auch eine Effektspielerin für alle auf dem Platz. Man weiß, wenn sie im Team ist, fällt immer irgendwie ein Tor oder kann immer ein, schräg, schräg zwei Tore sind dann drin. Und das hat sie auch wieder in diesem Spiel unter Beweis gestellt. Auch im Hinspiel hatte sie, glaube ich, schon zwei Tore gegen Freiburg. War ja die Neuauflage des DFB-Pokalfinals, das auch schon Wolfsburg klar gewonnen hatte. Also Eva Pajor, ein ums andere Mal, wäre für den VfL natürlich wahnsinnig toll, wenn sie dann beim VfL bleibt. Aber wenn die Gerüchte immer größer werden, dann wäre das natürlich ein herber Verlust. Sie ist sehr, sehr wichtig für den VfL. Adriana, wer ist deine MVP? Meine MVP war eine Spielerin von der SGS Essen, Lili Porcella, hat zwei Tore geschossen und mir hat es einfach viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen beim Fußballspielen. Einfach die Spielfreude, die insgesamt bei der SGS Essen so in der Offensive verkörpert wird. Aber gerade sie, finde ich, hat da ja viel, viele Impulse nach vorne gesetzt und dann eben sich auch belohnt mit den zwei Toren. Und dadurch, dass auch sie so jung ist in diesem insgesamt jungen Kader, glaube ich, dass man auch in Zukunft da noch viel von ihr sehen werden kann. Ja, sehr gute Wahl, Porcella. Sehr gut. Ich bin auch langweilig. Ich habe auch Eva Pajor genommen, alles, was Oskar gesagt hat. Plus eins, das müssen wir jetzt hier nicht unnötig verlängern. Wer ist deine Ansagen Heroin, Oskar? Ja, da würde ich schon sagen, Riola Cimaili, das ist schon eine schöne Geschichte. War auch ein sehr, sehr schönes Tor. Also dieser Schlenzer über die Freiburger Keeperinnen weg, das war das 4-1, auch ein ganz wichtiges eben in dem Spiel. Und dass ihr dann eben auch jetzt im zweiten Spiel nach dem Pokal auch in der Liga dann wieder ein Tor macht, freut mich für sie. Tommy Schott hat mir auch häufiger erklärt, er ist mit ihrer Entwicklung sehr einverstanden. Sie bringt alles mit. Jetzt bekommt sie dann ihre Minuten, vielleicht da dann auch mal noch in der Saison. Wir schauen mal von Beginn an. Aber schöne Geschichte ausgerendet eben gegen Freiburg, gegen ihren Ex-Verein. Macht sie ein sehr schönes 4-1. Also für sie eine schöne Geschichte und für Wolfsburg eine schöne Geschichte. Ich glaube, Freiburg-Fans würden da jetzt hart protestieren, aber sie können wahrscheinlich auch nichts gegen diese Wahl einbänden. Adriana, wen würdest du hier gerne besingen? Ich würde sagen Mirai Chin von Duisburg. Zwar hat Duisburg ja 5-1 gegen Bayern verloren und wir hatten vorher gesagt mit dem ganzen System, dass das nicht alles gut geklappt hat, aber ich finde sie war trotzdem noch das, was so am meisten alles zusammenhängen lassen hat. Im Zentrum, sie hat die Torvorlage gegeben, aber auch Impulse nach vorne, um eben die Chancen rauszuspielen. Pässe ins Angriffsdrittel nach vorne gebracht und auch Hintenbälle erobert. Bei dem Gegentor leider ein bisschen unglücklich, dass das dann nicht als voll gewertet wurde, aber trotzdem ist sie mir sehr positiv ausgefallen bei Duisburg. Sehr schöne Wahl und dann ergänze ich noch Turani von Leverkusen. Sie war stellvertretend für eben die Innenverteidigung an sehr, sehr vielen Defensivaktionen beteiligt und auch wenn eine ganze Menge Glück auch mit dazu kam, dass dieses Spiel gewonnen wurde für Leverkusen, hätten nicht Spielerinnen wie Turani so viele Dinge geklärt, bevor es dann zum Pfosten oder zum Lattenschuss kam, dann hätte Eintracht Frankfurt dieses Spiel ganz anders gestalten können. Deswegen Turani meine Unsung Heroin dieses Spieltags und jetzt fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Oskar, welcher war deiner? Für mich der Moment, 33. Minute, es kommt eine ganz junge 18-Jährige rein und macht drei Minuten später das Tor. Lorien Bender ist da gemeint, wir hatten schon drüber geredet und ja, für mich einfach so mit der Moment dieses 18. Spieltags. Und auch Nationalmannschaft, sicher? Wann? Also momentan ist sie ja noch bei der U19, fünf Spiele, fünf Tore übrigens, also da ist ein goldener Weg vorgezeichnet, sage ich auch schon, aber vielleicht noch nicht ganz so früh, wie bei Sophie Weidauer. Okay, also WM 27 nehmen wir da mal so grob. Definitiv. Ins Visier. Adriana, was ist dein Moment des Spieltags? Ich hatte tatsächlich auch Lorien Bender auf dem Zettler, aber jetzt schwenke ich noch um zu Wolfsburgs Dreierschlag auf einmal innerhalb von sieben Minuten, weil ich finde das einfach, haben sie in der Vergangenheit schon mal gezeigt. Ich glaube, das war auch gegen Essen, da wo sie zurückgelegen haben und dann innerhalb von einer Viertelstunde dann drei Tore wirklich geschossen haben. Und ich finde, das ist einfach eine enorme Qualität und hoffe ich auch, dass Wolfsburg trotz Umbruchsgedanken jetzt das beibehalten kann. Gegen Nürnberg haben sie das auch schon gemacht. Also Wolfsburg ist extrem gut darin, nach dem eigenen Tor nachzulegen, nachzulegen, nachzulegen. Das ist schon wirklich eine besondere Qualität und ich werde auch etwas nominieren aus dem Nürnberg-Spiel. Jetzt wollte ich gerade eine Brücke bauen, die es gar nicht gab, bin ich ins Wasser gefallen, egal. Und zwar im Spiel Nürnberg gegen, na, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Essen. Meine Güte. Da gab es tatsächlich etwas, was es sehr, sehr selten zu sehen gibt, nämlich einen indirekten Freistoß, weil die Torhüterin den Ball zu lange in der Hand behält. Der wurde gepfiffen, sehr zum Unmut der Nürnberger. Und wenn wir uns erinnern, die Schiere-Kritik kam ja auch aus diesem, aus diesem Lager heraus. Es war interessant, man konnte einige Dinge hören, unter anderem fiel da das Wort blind an der Seitenlinie. Dann hat leider der Kommentator selbst seine Einschätzung gegeben und man konnte nicht mehr hören, was sie da im Hintergrund alles noch gesagt haben. Ich sag mal so, also Emotionslast hat das der Klub nicht hingenommen und dennoch, die Regelauslegung war korrekt, ob man es direkt so hätte machen müssen jetzt in der Szene, das ist dann, denke ich, das berühmte Fingerspitzengefühl, aber das ist mir in Erinnerung geblieben von diesem Spieltag, der indirekte Freistoß wegen Anwendung der Sechs-Sekunden-Regel, die nicht immer angewandt wird im Fußball. Gut, da sind wir doch schön durchgekommen durch diesen Spieltag. Ich danke euch sehr, auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir auch mal ein bisschen genereller diskutieren könnten und danke auch an Oskar, dass du uns das Nationalteam schon mal aufgezeichnet hast für die nächsten Jahre. Sehr, sehr gerne, allgemein sehr viel Spaß gemacht mit euch und ja, dann gerne bis dann auch bald wieder. Ja, sehr, sehr gerne und herzlichen Dank auch Adriana, schön, dass du mal wieder hier warst im Rasenfunk und ich hoffe, wir können dich ja auch bald mal wieder begrüßen. Danke auch, hoffe ich auch. Und ich hoffe auch euch, lieben Hörerinnen und Herren. Hat's gefallen? Sendungen wie diese sind nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen per PayPal, Kreditkarte oder Überweisung und das haben getan unter anderem Leon J., Emmerich Eintracht, Till, Erik P., Kruser 1, Christian W., es ist nicht Christian Wück, ich sehe hier den ganzen Namen, Fishmi und Timo, sie alle haben uns nicht nur unterstützt auf rasenfunk.de slash Supporters Club, sondern sie haben sich auch als SupporterInnen registriert, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Ich habe es schon in der Männer-Bundesliga-Sendung heute empfohlen, will es hier aber noch mal verstärken. Die 45, also Nina Potzel, hat ein sehr interessantes Interview mit Stephanie Klug geführt über den mentalen Druck im Fußball, über die Auswirkungen von Regelschmerzen zum Beispiel auf Trainingsleistung und so weiter und so fort. Ich finde, das war ein tolles Gespräch, hört euch das an, ich werde es verlinken und dann bleibt dem Rasenfunk gewohlen und gesund. Bis bald, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Wiryesus. Wiryesus. Untertitelung des ZDF, 2020